auch schön aufgestanden ich gehe mal kurz raus an die frische luft was auf den augen ja das ist eine gute idee ich muss mal so ein morgending ist echt nervig was ich will nicht ich bin der andere voll scheißen 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 besser nein nein wo zur hölle habe ich denn im auto wo zur hölle ist mein hut ja den hast du gestern hier reingepackt ne den habe ich ins auto gepackt glaube ich weil ich weil ich mir nicht sicher war dass ihn jemand klaut ich glaube so war das aber nicht im kofferraum oder doch ja dann geh schnell gucken wie auch naja meiner wurde letztens erst wieder aufgebrochen scheiß ach ach sch Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, Gott sei Dank. Er ist noch da, Harry. Oh, ja, super. Ja, sag mal. Wie hast du denn geschlafen? Tatsächlich ein bisschen besser als sonst. Ich war wie tot, glaube ich. Ich glaube, das war diese Massage von dieser Knochenbrecher. Oh, wie geht es dir denn jetzt so körperlich? Ja, ich fühle mich, als hätte mich ein Zug überfahren. Aber ansonsten, naja, ich glaube, mit Bewegung, wenn alles warm und aufgewärmt ist, wird es wieder besser. Oh, ich hätte dich ziemlich hart rangenommen, ne? Sie sagte, ich wäre auch sehr verspannt gewesen, überall. Gut, ja, dann, ich habe schon mal Kaffee draußen hingestellt und das Essen habe ich in der Hand. Oh. Ach, wie süß. Ach, Harry. Dankeschön. Das ist richtig lieb von dir. Danke. Du hattest, glaube ich, das hier, also ich glaube, ich hatte das hier bestellt. Aha. Und ich habe da ein Sandwich und dann haben wir ja noch ganz viele andere Sachen drin. Ja, ich habe es gesehen. Wir müssen jetzt alle reinpfeifen. Du gehst wahrscheinlich zu deines dir heute? Ja, hatte ich eigentlich. Zumindest muss ich einmal kurz hin, um den Schlüssel abzugeben, aber ja, aber... Nee, nee, alles gut. Ich weiß, äh, selber noch nicht so. Hä? Wie wäre es einfach? Hm. Hm, lass uns mal essen. Ich, äh, ich habe vielleicht eine Idee. Ja, du musst auch Geld verdienen, Derry. Ah. Ich will gar nicht wissen, wie viel du jetzt für die Wohnung bezahlst. Ja, nicht viel. Wie viel denn am Tag? Ja, das weißt du doch, oder? Das war ja noch eine Special-Wohnung mit Special-Preis für... Naja, aber wie viel bezahlst du pro Tag? 125. Ich finde das ganz schön scheiße. Ich will die Wohnung gar nicht. Ja. Ich glaube, ich zahle genauso viel. Weißt du das denn? Das ist doch scheiße. Ja, es war eben, wie gesagt, es war ja noch eine Wohnung aus besonderen Beständen mit gesondertem Preis. Und deswegen haben wir uns die doch ja auch geholt. Ja, aber warum bist du der Gewinner in der ganzen Sache? Ich habe voll gelitten. So, lass mir jetzt hin. Was? Also geht es hier echt um die materiellen Dinge, ja? Nein, jetzt im Nachhinein kann ich Witze darüber machen, ja. Hm, okay. Wie fandst du denn den Abend gestern? Ich wollte dir nicht zu nahe treten oder so. Ich hoffe, das habe ich nicht getan. Also, auf die Pelle rücken, meine ich. Meinst du jetzt schlafen oder meinst du jetzt den Abend insgesamt den... Achso, naja, gut. Für dich war es echt ein harter Tag. Nein, ich meine, was meinst du von den beiden Sachen? Naja, beides irgendwie. Ich wollte dir nicht zu nahe treten, als wir unsere Zeit hier hatten. Und natürlich, ja, auch. Ich habe mich nachts hoffentlich ergab. Ich wollte mich nicht irgendwo aufdrängen. Es war schön, einfach, dich neben mir zu wissen, Larry. Also, Larry, ich fand den Abend gestern wirklich sehr schön mit dir. Okay. Und auch, was du mir gesagt hast, fand ich wirklich sehr schön. Und jetzt aufstehen und frühstücken, finde ich gerade auch sehr schön. Ja, das finde ich auch. Und ich habe das Gefühl, irgendwie ist gerade ein bisschen Zeit einfach mal für eine vernünftige Unterhaltung. Ich habe das Gefühl, sonst ist immer irgendwie alles zwischen Tür und Angel. Stress hier, Stress da. Ja, da hast du recht. Ich müsste meine Miete pausieren für ab nächste Woche Dienstag bis und am Sonntag werde ich eventuell wieder im Lande. Du kannst sie nur pausieren, wenn es sieben Tage am Stück sind. Also, ab sieben Tage plus. Das wurde geändert von der Konzernführung. Das Problem ist, der bürokratische Aufwand war einfach viel zu hoch. Man hatte nichts mehr anderes getan, als irgendwelche Abziehungen der Konten aufzuheben, wieder anzulegen, aufzuheben, wieder anzulegen. Das ist ein bürokratischer Aufwand, das glaubst du gar nicht. Das verstehe ich natürlich, aber weißt du, es gibt sowas wie KI oder automatische Systeme, wo man das einfach selber eintragen kann. K-was? Sorry, damit kenne ich mich nicht aus. Vielleicht muss ich da mal Scott fragen dazu. Wer ist Scott? Matthew, Matthew Scott, das ist so, naja, ist so dieses Datenbank-Brain irgendwie, naja. Vielleicht kann der da was machen. Er hat so diese, diese, er hat so Oberflächen für uns gemacht. Naja, vielleicht hat er Ahnung davon, vielleicht, was war das, das muss ich mir aufschreiben, was. Ja, guck mal, weißt du noch, damals sind wir doch immer mit unseren Schlüsselkarten einfach und wir konnten die dann wegwerfen. Ich muss übrigens auch noch die, äh, nochmal zur Wohnung. Ich, äh, hab die immer noch, ich glaub ich bin ja immer noch digital irgendwie mit connected, weißt du. Ja, das hab ich nicht vergessen. Ich wollte das heute, das wollte ich noch klären. Also, ja. Ähm, ja, ähm, ja, du solltest, wir fahren da mal hin, würde ich sagen. Ich glaub, du, du musst mal vorne, vielleicht, vielleicht muss man dich da irgendwie, äh, musst du, wir gucken da nochmal vor Ort, ha? Ich glaub, ich muss zu deiner, ja, zu deiner Wohnung und dann muss ich mich komplett daraus ziehen, ja. Wolle ich wohl einfach einen neuen Schlüssel. Ich kann mir keine doppelten Mieten, nein, weißt du, und, ähm, Larry, wir, Jetzt geht mir viel zu schnell, was ist das denn jetzt hier? Ja, das war etwa, nein, das ist schon, ist schon klar. Wir können ja, nein, nein, erst mal langsam angehen lassen, ja, 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 ja. So, ich hol jetzt das nächste Essen, da steht ein Kaffee noch. Mhm, danke, ja. Ich hab' da, Mensch, bei dem was? Boah, Entschuldigung, bin ich so fett heute? So, dann einmal, bitteschön, dann der hier. Oh, ich bin ein bisschen, kommst du jetzt durch? Ach, warte mal, so, warte. Ja, weißt du was, ich glaube, ich muss mich mal hier hin. Oh, okay. Bin das okay? Ja. Hm. Oh, muss ich die Brüder noch abnehmen? Ich glaube, ich nehme meine auch mal ab, ist ja ein bisschen unfreundlich, ne? Oh, was ist das denn, heiße, weiße Schokolade? Naja, das ist nicht mein Fall. Aber, hey, was soll's. Es ist so süß wie du, Nemi. Oh, dann hast du jetzt aber nett gesagt. Aber dann würde ich mich lieber, ähm, dann bin ich lieber der Berliner. Also. Also, harte Schokoladen, die Schaden sind mit welchen Gären, oder was? Ja, aber immer für eine Überraschung gut, ne? Du weißt nie, was drin ist. Ja, das stimmt. Ach, da gab's doch mal so'n Film. Das Leben ist wie eine Praline. Du weißt nie, was drin ist. Ach ja, mit den Typen, der so ist, wie ich am Anfang war. Ja. Der hatte auch schon einen coolen Dialekt. Ich glaub, der würde es auch so sagen, mit dem Bahama-Mamas. Mit dem Bahama-Mamas? Ja. Wie war das? Papa Gump? Papa Gump-Stream. Ich schau mal, ich war wirklich grüßen nicht, dass ich die ganzen Sachen kenn, die du kennst. Nur weil ich bei meiner Oma immer mitgeschaut hab. Ja, was ist denn das jetzt hier? Oh, Scheiße. Ja, guten Abend. Ja, das tut mir sehr leid. Ich bin noch aufgehalten worden. Ach so. Ich hab, nein, es ist, diesmal hab ich's, das hab ich jetzt richtig verkackt, aber, ähm, ich, ich müsste Ihnen leider absagen heute, es tut mir sehr, sehr leid. Okay, ja. Ich hoffe, das ist noch in Ordnung. Ja, das ist in Ordnung so. Ähm, das nächste, passen Sie auf, den nächsten Termin, das wird ein bisschen dauern. Ich bin jetzt, ich bin noch, zwar so hier den einen oder anderen Tag noch da, aber dann bin ich längere Zeit, oder dann werde ich längere Zeit erstmal in Phoenix sein und meine Mom unterstützen. The Ranch in Arizona. Ja, ich meine, wir können das dann so machen, dass Sie, wenn Sie wieder zurückkommen, mich dann anrufen. Ja, dann machen wir das so. Okay. Ich hoffe, ich hab Ihnen jetzt nicht so viele Unannehmlichkeiten bereitet. Ähm, vielleicht können Sie ja einen vorziehen. Ähm, ist, ist schon, ist in Ordnung, ich werd das schon irgendwie, wissen Sie, so meine Termine rumverschieben und alles, das geht schon, aber... Oh, okay. Ja, das ist in Ordnung so. Eben, rufen Sie einfach an, die dann von Phoenix wieder zurück sind. Okay, das mach ich, okay, ja. Ach, danke, Mrs. Laurent. Und, äh, entschuldigen Sie bitte. Ah, nee, das, das ist in Ordnung. Okay, gut zu wissen. Ähm... Gut, aber ich wünsche Ihnen auch sonst einen schönen Abend. Ihnen auch, dankeschön. Howdy. Ja, tschüss. Scheiße, ich hab letztes Mal bei dem schönen Abend hier vergessen, hier noch zu schreiben. Ja, aber du hättest wirklich ruhig hingehen können. Nein, ich find das, ich find das hier viel wichtiger. Also, finde ich jetzt gerade... Ach, Larry. Frühstücken hier gerade schön, wir sitzen hier gerade schön. Unterhalten uns über... ...alte Filme. Ha. Ha. Möchtest du, hast... Meinst du, wir können heute spontan tauchen? Das war meine Idee vorhin, deswegen hab ich mir gedacht, äh... Ich werd nachher gleich mal Hannah kommen. Vielleicht ist sie da. Hm... Ja, äh, grüß dich nachher, Monika. Servus. Hallo, deri. Ich war das Nächste, hast du noch Hunger? Äh, boah, ich vertrage immer was. Vielleicht ist ja Matteo da. Warte mal. Oh, danke. Ja. Ja. Hey, haudi, Matteo, hier ist Skinner, Larry. Hey, grüß dich, Larry, hi. Hi, ich, äh, entschuldige bitte, ist so ein bisschen plötzlich und spontan der Anruf. Ich, äh, hoffe, ich störe gerade nicht. Ne, kein Problem, alles was los? Ähm, naja. Aber schau mal, ich hab, äh, ich versuch schon seit Wochen, ähm... Hübsche Lady, Harry, versuche ich zu überreden, mal einen Tauchkurs zu machen. Und, ähm... Okay. Naja, sie hätte eigentlich, wir hätten heute eben Zeit und möglicherweise vielleicht so für eine erste Tauchstunde. Ich, jetzt hab ich mir gedacht, ich probier's einfach mal und frag mal nach, ob du da Lust und Zeit dafür hast. Ich mein, wenn du schon Termine hast, dann, dann weiß ich's nicht. Ja, ich bin grad im Dienst gegangen, aber wir können, wenn du um elf Zeit hast, können wir gern machen. Um elf? Hm, wenn du noch Zeit hast. Ja, Harry, um elf? Oh, ja, gerne. Okay, cool. Ich mein, der Mond steht gut, haben wir auch ein bisschen Licht. Richtig. Ja. Okay. Ja, das ist... Alles klar. Okay, dann sind wir um elf bei, äh, am, am Ocean. Ja, mach mal. Super. Oh, wow. Und übrigens, hey, ich hab mein... Ich hab den, äh, ich hab ihn gemacht. Drei Stimme. Ey, cool. Ja, super. Spitze. Ja, haha, ich freu dich auf jeden Fall. Alles klar. Okay, bis dann. Bis später. Ciao. Da ist ein netter Kerl. Und um elf? Ja, bisschen, bisschen aufgeregt. Nee, das, oh, tiefes Wasser und so. Hey, weißt du, was das Coole ist? Also, also mein... Wenn du im Wasser bist und erst mal das Atemgerät da im Mund hast, wo du dann erst mal feststellst, hey, wow, ja, da kannst du wirklich... Es ist, finde ich, ungewohnt, nur durch den Mund zu atmen. Der erste Unterwasser, der erste Zug von dem Sauerstoff, das war echt, ähm, wow, äh, hat mich... Davon habe ich schon ganz oft gehört. Aber als dann der erste Zug getan war und dann so... Wow, das war total cool. Und dann diese Unterwasserwelt. Ich glaube, es wird dir gefallen. Also, ich hoffe es wirklich. Ja. Ja. Und Matteo ist ein sehr, sehr erfahrener Taucher, seit über 20 Jahren. Ja, der kann dir echt was beibringen. Wie heißt der weiter? Ich weiß es nicht. Ähm, der ist... Der war früher mit Hannah kurz zusammen. Die Tauchlehrerinnen. Nee, die sind nicht mehr miteinander... Die sind nicht mehr zusammen, aber sie betreiben noch die Tauchschule zusammen. Aber sie hat mittlerweile einen anderen. Aber er kommt darüber nicht ganz hinweg. Wir müssen das wirklich mit dem, äh, kurz stoppen beim Gespräch. Müssen wir wirklich üben, Neri? Hä? Entschuldigung. Ist schon wieder passiert. Ja. Ja. War noch nicht ganz fertig, Entschuldigung. Ja, aber dann sag doch, äh, bitte. Lass mich kurz ausreden. Und dann, äh, sag ich, okay? Okay. Ich hoffe, dir gefällt es nachher dann auch. Ja, ich bin gespannt. Komm schon mal mit deinen komischen Macken. Ich gehe mal ganz kurz auf die Tonette. Hm. Ja, ich muss mal gucken. Vielleicht drehe ich jetzt gerade den Teamspeaksee nochmal laut. Ich muss mal gucken. Ich muss noch warten, bis er wieder redet, damit ich weiß, wer es ist. Hat sie nicht, aber sie hat doch, was hat sie, hat sie nicht gesagt? Aber sie hat doch mal, ich meine, sie hat doch gesagt, ähm, ähm, äh, die sind auch nicht, also, äh, wie, er ist auch nicht mehr zusammen oder so. So, oder die sind auch nicht zusammen oder auch nicht mehr zusammen. Irgendwie sowas war das. Dann habe ich einfach gleich weitererzählt. LRi halt. Ja, ja. Okay. und wieder wirst du weggedrückt meine dann mach einfach flugmodus an es liegen downtown büro neu versierten kann bereit das hammer zusammen 1 2 6 4 1 2 die drückte ich auch weg hallo mein freund ich muss dich noch mit ihnen sprechen dafür augen ich brauche deine meinung den rat bitte melde dich sind nur zehn minuten er kann auch gerne dabei sein hat kein problem damit nach 20 30 macht mich echt freuen wir haben um 23 uhr ein termin zusammen aber schon klappen so ich gehe mal näher ran kann ich nämlich teamspeak mal kurz oder auch nicht betty uhrich ne kenne ich nicht betty und warst du mit barbara die ist ausgereicht harald ja weil sie sich einsam gefühlt hat hast du denn mal ein richtiges date für sie organisiert ok ja das habe ich letztens auch ich habe nämlich ohrringe für äh 500 dollar oder so jetzt versteht man sie gut glaube ich äh habe ich auch kein dankeschön für gekriegt da machst du einfach eifelsüchtig mit das hast du jetzt nicht gehört hast du gehört nein was nein nicht nicht poppeln nein nicht mit ihr schlafen nein nur so nein harald auch sie ist 72 die bricht zusammen oh ich möchte mich später bei dir ich bin hier gerade ja gut dann boomst du aber bitte nicht tot ja oh mein gott ich möchte mich ja 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 weil ich gestern hier was vorhatte und ich habe meine telefonliste angerufen ob jemand da mitmachen wollte ja weil meine begleitung ja später konnte ja gut okay dann werde ich mich später bei dir ja wie lange bis heute unterwegs okay ja habt ihr gebt bis dann tschüss sag mal bitte hallo ich will es gar nicht wissen es klingt einfach nur so also harald ist in barbara verliebt barbara weist ihn immer ab jetzt hat eine betty kennengelernt sie ist jahre alt und will sie jetzt äh bumsen hat gesagt wenn er einmal sitzt ist es wie ein klappstuhl dann sitzt er auf sie drauf und so ja und er hat einen kampfstachel ja auf alten fahrer dann lernt man es fahren oder ja wo die liebe hinfällt aber ich mein harald ist ja auch alt ne ja aber ich weiß nicht im naja vielleicht kann einer einfach reinhängen lassen ich will mir das ganze alles gar nicht vorstellen das ist ein ding zwischen ähm wie heißt sie betty ja das ist das ist mir zu erotisch hier wirklich so wir haben jetzt was für unterwegs noch und also das gemacht aber nur damit ich dir richtig zugehört habe ja ähm er hatte interesse an barb barb aber hat ihn abgewiesen und jetzt hat er diese betty kennengelernt und will halt naja das was du gesagt hast genau ist kein fremdgehen oder so also mhm Barbara will nix von ihm ja ok und 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 will sie wirklich nix von ihm oder ist es erstmal so eine hinhaltetaktik ich glaub sie will ich weiß es nicht ich mich würde interessieren wie barbara reagiert wenn da jetzt so eine andere frau ist ist barb nicht noch verheiratet die war nicht verheiratet aber ich dachte die haben das doch gemacht irgendwann die äh nee oje aber es war geplant ja mhm theoretisch ja ok ich hm ok ich dachte da wäre doch was schon gelaufen ah naja mein mein Erinnerungsvermögen ist auch nicht immer das beste ja das habe ich im Moment auch ähm ich guck nochmal eigentlich müsste alles jetzt frei sein hast du den Lolli ok da hatte ich schon gelutscht ok warte oh warte ist da noch was drin nö vier Augen sind doch besser als zwei ja scheiße du hattest doch gestern noch eine Flasche Wein wo ist der Weißwein nee den habe ich gar nicht gesehen scheiße wo war der ich dachte das wäre die Flasche aber das ist sie nicht ich glaube der war hinten in diesem Wellnessbereich noch nämlich der war umsonst äh ok schlecht möchtest du noch Weintrauben haben nee ich habe auch welche so gesund packen wir hinten rein ich ähm bin auch mit meinem Auto hier ich fahre hinterher hm ok ich fahre erstmal nach Hause ok ich fahre erstmal nach Hause mach mich mal frisch ähm Max hatte mich noch kontaktiert ähm hab ich er hat mir geschrieben warte muss man das nicht sagen aha ich habe keine Geheimnisse was ich will ok dann halt nicht also er bat mich um ein Vier-Augen-Gespräch aber hat doch gesagt wenn du dabei bist er hat kein Problem damit ähm aber es scheint ihm wichtig zu sein er braucht was er braucht unbedingt mein er will meine Meinung und meinen Rat haben aber keine Ahnung um was es geht ja das ist halt die Frage ne um 22.30 Uhr als er letztes Mal ähm ja so Rat gesucht hat und ich dabei war hat er so Sachen getroppt der musste konnte ich meine Fresse nicht halten ich weiß nicht wenn wenn er wieder so ein Frauenproblem hat und ich dann wieder weg ach ja warum ich mein ey weißt du was nein weißt du was ich werde einfach nichts sagen das schaffe ich hundertprozentig also wollen wir das um 22.30 wollen wir da mal gucken weiß nicht wo wir uns am besten mit ihm treffen vielleicht kurz vorm Oceans oder so ja oben an diesem Aussichtspunkt bevor man zum Strand runter geht am Parkplatz vielleicht mhm ok äh ok ja dann fahre ich auch dann fahre ich auch mal kurz in die Wohnung mach mich frisch und geh mal ins Büro ja äh ich wollte noch einen Schlafanzug bei dir in der Wohnung mal lagern so für den Fein der Federn das bei mir brennt oder so ja willst du mir den mitgeben oder dann pass auf dann fahre ich mit zu dir ah ne nein pass auf wir fahren zu dir dann machst du das was du so schnell in deiner Wohnung erledigen willst und dann fangen wir mal zu mir weil du wolltest ja sowieso noch was erledigen mhm ja machen wir es so perfekt ok bis gleich dann fahre ich zu dir du siehst toll aus und hey dir Abend mir hat es sehr gut gefallen hier wirklich und ich habe mich sehr wohl gefühlt ähm danke Harry dass du mich da eingeladen hast dazu weißt du wie ich hatte meine Telefonliste bin ich durchgegangen keiner ist drangegangen aber du konntest ja später und äh mhm weißt du wenn ich 4Ray angerufen hab 4Ray ja ne ich hatte 4Ray Herr Kowalski angerufen ich glaub das hat den Jetski fach und das wäre sehr witzig geworden ach du meine Güte ok war er leider nicht abgenommen ja ja ok dann äh gib mir mal bitte noch schnell ich guck nochmal kurz was nach im Schrank hier ja aber wir müssen die Schlüsselkarten noch abgeben wie machen wir das äh da vorne die müssten glaub ich da sein ok ich geh schon mal rein ja ok äh ich bin gleich da ich bin gleich da Leute ok 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 halt mal effektiv ok dopp 1 ام Vielen Dank. 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 Das kann ich anmachen, ne? Warte mal. Was ist die denn? Soll ich mal erstmal schön in Ruhe Nasen bohren können, ohne dass ihr was gesehen habt? Das ist schon mal gut. Aber solltet ihr auch mal wieder was gucken, gell? Ja, wo ist denn jetzt... So. Ja, so. So, jetzt nochmal, allen an euch, Audi. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Ja. Gestern, du hast also gestern Leuten Alkohol ausgegeben, dass ich jetzt muss ich über 400 Dollar zahlen. wieso du? Ja, das ist nicht mit, äh, das ist nicht mit, äh, alkoholische Getränke sind nicht mit in den Gutscheinen mit drin. Ja, wieso sollst du die zahlen? Ja, dann... Vielen herzlichen Dank. Wem? Guten Abend. Guten Abend. Kartenzahlung geht wohl nicht, ja? Nee, leider nicht. Erst ab 1000 Dollar. Ja, dann gebe ich ihnen mal 1000 Trinkgeld, würde ich sagen, oder? Äh, echt jetzt? Nein, ich gehe zum Automaten. Warten Sie. Echt jetzt? Ja, ich gehe zum Automaten. Was ist das hier denn immer? Die Tür auf und schon fliegt ihm alles raus hier. Ja. Ja. Das ist eure, das ist eure Darstellung. Ja, Gott sei Dank, Sirene, ne? Sage ich mir auch immer. Gott, siehst du einfach gut aus, Ari. Ja, noch mal die Kehrseite. Ja? Ja? Sie gucken kurz wegen dem Bein, ob der noch da ist. Äh, ja? Und, äh, ich würde ganz schnell gleich mit dir noch zum Brotinger, wenn das okay ist. Ich möchte was gucken. Oh, dann kann ich mir vielleicht einen neuen Anzug kaufen. Haben die auf, ja? Ja, das wäre cool. Die haben auf. Genau. Okay. Äh, so, Lady. Dann gebe ich Ihnen noch ein bisschen her. Alles gut. So, Dankeschön. Für den guten Service. Danke Ihnen. Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Aufruf. Eine gute Nacht auch. Definitiv. Frühstück war soweit in Ordnung? Alles weggehauen. Alles weggehauen. Okay. Das ist unser Auftrag, dass Sie sich eine Auszeit nehmen können, entspannen können und ein gutes Frühstück haben, um in den Tag zu starten. Neben der Erinnerung natürlich. Das hatten wir auf jeden Fall. Also, ich bin wirklich vollkommen zufrieden. Das freut mich. Das freut mich sehr. Ähm, empfehlenswert. Ich habe die Sache Wein noch gefunden. Die stand noch auf jeden. Gut, perfekt. Möchten Sie die mitnehmen? Dann, äh. Ja, Debbie, hast du noch, äh, kannst du die noch nehmen? Na, Moment. Ja, das sollte ich unterkriegen, ja. Dann reiche ich sie Ihnen einmal. Dankeschön. Bitteschön. Die stand noch drüben im Wellnessbereich auf dem Tisch, habe ich gerade gesehen. Oh, ja, wir waren... Hm. Ha. Alles gut. Wir haben sie wieder gefunden. Super. Die Namensschild war noch dran. Ja, das danke ich Ihnen für den Aufenthalt hier in der Baby Lodge. Hast du schon deine Karte abgegeben? Nein, noch nicht. Also, ja, ich bin heute auch, äh, der Schlaf war aber gut, aber ich habe ein bisschen zu viel geschlafen, glaube ich. Manchmal braucht man das aber auch mal. Doch, bitteschön. Ja, ein bisschen was nachholen. Manchmal braucht man das. Oder vorschlafen, sage ich auch immer gerne. Ach, das kann ich leider nicht. Ich muss das immer, ich muss das immer so ein bisschen nachholen und dann klappt's. Ah, okay. Okay, dann, ähm, düsen wir mal los und wir haben uns nicht das letzte Mal gesehen. Das ist keine Drohung, sondern, äh, mir hat es ja wirklich gefallen. Das freut mich. Wie gesagt, ab nächster Woche kann es sein, äh, dass wir unsere Suiten dann auch haben werden. Ähm, deswegen tut es mir leid, wenn es bis gestern noch ein bisschen laut war wegen dem Umbaumaßnahmen. Ah, das ist okay. Das ist, äh, wir wohnen ja mitten in der Stadt beide, äh, wir sind das gewohnt und konnten dabei gut einschlafen. Okay. Okay, das ist gut. Wie gesagt, ab nächster Woche stehen uns dann sehr wahrscheinlich die Suiten zur Verfügung. Wir werden das dann auch auf Wensche ankündigen, soweit es möglich ist. Bin ich gespannt. Okay. Sehr gerne. Dann einen wunderschönen Abend noch. Den auch, dankeschön. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Howdy, Lady. Wimschi, dankeschön für zehn Giftsabs. Mensch, du verrücktes Kerlchen schon wieder hier. Danke, 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 danke schön. Also, ich zieh mich um. Ja. Und wenn du magst, kannst du mich abholen und dann gehen wir mal zum Brudinger und gucken, ob es vielleicht irgendwas Cooles für dich gibt. Ja, ich dachte, ich war sowieso gleich zu dir. Ja, wollte ich nur nochmal sagen. Okay, ich fahr dir hinterher. Äh, ja. Larry? Ja? Ich habe nur drei Tequila ausgegeben und einen Milch mit Honig und einen Schuss Rum. Das hätte ich bezahlt. Ja, du hast die ganze Zeit Whisky auch noch bestellt. Das ist alles mit drin. Und sogar der Wein war da mit drin, die zwei Flaschen. Ach so, du hast doch Whisky mitgetrunken. Ich dachte, die Getränke wären alle inklusiv, aber das hat mir ja keiner gesagt. Ja, gut. Du, ich gebe dir 400 Dollar, kein Problem. Nein, ich will den Wein. Ich will mir die Birne irgendwann zukippen. Ja, einen Brudinger Gutschein hast du auch noch, ja? Was soll das denn heißen? Dann, dass du den nicht vergisst, wenn wir gleich zu Brudinger fahren? Den habe ich immer dabei. Ach so. Naja, dann okay. Okay. Du denkst auch gleich wieder das Schlechte von mir. Ich bin ein Abenteuer. Ja, mehr als das. Vielen, vielen Dank. Wirklich vielen Dank. Wimschi, schön, dass du da bist. Grüß dich. Einen wunderschönen guten Abend. Und ich hoffe, es geht gut. Bei mir ist ein Vorderlicht kaputt. Bei Ares ist ein Rücklicht kaputt. Das Wimschi, gifte das Tier 1 Zap2-Vidani. Das Wimschi, gifte das Tier 1 Zap2-A302-Liggend streepje N. Das Wimschi, gifte das Tier 1 Zap2-A302-Liggend streepje N. Das Wimschi, gifte das Tier 1 Zap2-A302-Liggend streepje N. Ja, okay, nee. Ja. Hallo, du. Das Wimschi, gifte das Tier 1 Zap2-A302-Liggend streepje N. Das Wimschi, gifte das Tier 1 Zap2-A302-Liggend streepje N. So, Leute, alles gut? Geht's euch gut? Wimschi, warum schreibst du nix? Hallo. Schön, dass du da bist. Hört ihr mich eigentlich? Ah, okay, alles klar. Moni, ein wunderschönen guten Abend. Monika, howdy. Hab ich das nicht? Hab ich das nicht? Hab ich das nicht? Hab ich doch hallo? Hab ich nicht hallo gesagt? Boah, Wimschi. Wimschi, Entschuldigung. Wimschi, Entschuldigung. Wimschi, Entschuldigung. was wie ach so okay verletzter war der hunde müde wegen vom tag so ein einjähriger ist ganz schön schnell im oja war schön aber er geht so schön ich hoffe es geht ich hoffe es ist alles gut es macht ja trotzdem auch freude oder die sind schon heftig leute ich hätte ja schon mal bock auf er der zwei erpegel habe ich ja schon mal gesagt ab und zu schon ich habe wieder mal so ein bisschen was denn jetzt er ist alles okay ja ja warum ach so ja ich fahre jetzt nach hause und du kommst gleich zu mir ich fahr dir hinterher aber du wolltest dich da auch noch umziehen naja kann ich ja gleich bei brodinger oder du hast recht so helle was was passiert also erst bist du irgendwie es ist nein das ist alles irgendwie ein bisschen komisch mit der sicht glaube ich ja das jetzt bescheuert also das jetzt auszuspielen es tut jetzt voll leid sind kaputt aber dass das jetzt auszuspielen ist total bescheuert voll sonst hätte ich ja gebremst aber erst nach rechts rüber dann auf einmal vorne und plopp und stecken ist ich schade dieser design ist zum kotzen und das gibt es ja gar nicht mensch hey mein lieber frankie hollywood ein wunderschön frankie soll ich floppy hollywood ein wunderschön frankie alter floppy grüß dich einen wunderschönen guten abend hallo schön dass du da bist dankeschön für 20 monate frankie ist aber auch grüß dich ah schön ja das ist schön dass frankie auch da ist ach schade frankie ist glaube ich nicht mehr auch du spielst gar nicht mal flacky oder oder also frankie gibt es gerade nicht mehr oder alter dieser design Also das jetzt auszuspielen mit dem hinten drauf, erhoben drauf fahren wäre scheiße, dass das passt. Ich muss hier noch was mitnehmen. Ich kann aber nicht so viel erhalten. Ja, warte mal, die lade ich noch. Meine Badehose ins Auto, warte mal. Oh, was kann ich dir aufnehmen? Hey. Die Bikini-Hose und die Blumen. Ah, okay. Ah. Okay, hab ich. Was hast du denn da im Auto? Hm? Dietrich, der muss ich noch wegwerfen. Ja, warum kaputt? Hä? Was machst du mit kaputten? Ja, die sind da... Die haben versucht, meinen Kofferraum, oder haben es wahrscheinlich auch geschafft, meinen Kofferraum aufzubrechen. Ich packe da aber nie was rein. Okay. Ja, ähm... Okay. Hast du meinen Zettel gelesen? Äh, nee, das ist ja doch... Darf ich? Ja, wenn du willst. Okay, dann gucke ich mal. Dieses Auto ist kameraüberwacht. Innerhalb von fünf Minuten weiß das PD Bescheid. Viel Spaß. Okay, also du... Hat nicht geholfen. Die müsstest du ja auch außen anbringen. Das Problem ist, die machen ja so lange rum, bis sie ja drankommen. Und dann brauchen die keine fünf Minuten mehr. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber ich will, dass sie nichts rausnehmen und abhauen. Ach. Oh, schade, ja. Willst du dir helfen? Ja. Wie machst du das denn eigentlich ohne mich? Hör ab. Ach, doch noch. Okay, Dagi, okay. Holly, vielen Dank für den Gift-Sop an Dagi und vielen Dank, Holly, für den Gift-Sop an Monika. An Monika. Vielen, vielen, vielen Dank. Danke, 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 danke. Ihr seid so lieb schon wieder. Danke. So. Ja gut, das weiß ja Larry noch nicht. So, ich guck nur ganz kurz SMS. Warte, warte. Äh, ja, okay. Oh, das Taxi ist sauer. Wo darf ich dir denn die? Die Blumen irgendwo, äh, irgendwo hinpacken oder so? Hm, gerne. Hier rein. Okay. 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 Uh, uh-huh, okay. Okay, um... Ja? There we are. Okay. 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 Vielen Dank. Okay, und dann, äh, Bikini, soll ich den in die Wäsche packen? Warte kurz. Okay, ja, ich gucke gleich mal, dass ich einmal dran vorbeifahre und einmal schaue, ja? Oh, sorry. Ah, pass auf und, äh, nee. Jerry, du bist sehr sprunghaft. Was denn? Dankeschön. Du bist sehr sprunghaft. Okay, jetzt sind hier gerade tausend Sachen wieder gleichzeitig passiert. Äh. Ich muss kurz umziehen. Was? Was zur Hölle? Warum bin ich sprunghaft? Ja, das... Ach, ja, das... Ach so, okay. Aber warum bin ich sprunghaft? Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Äh, nee, ich wollte nur sagen, dass du dich mal, äh, streckst. Ach so. Ja. Ach, scheiße, ich versuche mich zu beeilen. Ich bin momentan total verkrampft, wegen dieser Knochenbrecherin da. Ja, das kann ich... Das kann ich mir vorstellen, du Armer. Wusstest du, dass die kommt? Ja, sie ist groß hier auch. Oh. Von? Von der Bayview Lodge, ja? Ja. Oh, okay. Scheiße, ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Einfach irgendwas, was schön... Irgendwas Bequemes. Ich meine, du ziehst dich doch gleich um. Bequem? Naja, ähm... Naja, gut, muss man denn im Broding... Ja, gut, okay, keine Jogginghose, denke ich mal, im Brodinger, oder? Oh, scheiße. Ich schwöre, ich beeile mich, ich schwöre. Ich, ähm... Boah, Kacke. Was ziehe ich denn jetzt an? Was? Weißt du, ich bin Fashionista. Ich muss immer sehr gut angezogen sein. Ja, ich verstehe schon. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Das Problem ist... Wie lange haben die denn noch auf? Oh, mein Gott, kannst du mal gucken? Was denn? Wie lange die aufhaben? Ich gucke. Was? Oh, heute ist so ein Tag. Brodinger. Noch haben sie auf. Ich rufe doch mal an. Warum? Weil ich jetzt gucken will, wann die... Wie lange die noch aufhaben, beziehungsweise ob noch länger jemand da ist. Ey, Mann, wo sind meine neuen Schuhe? Oh, äh... Wo sind die? Die hier sind's. Ja, geil. Perfekt. Oh, einfach mal weggedrückt. Was für ein Kundenservice. Hast du gehört, Harry? Was denn? Scheißladen. Was für ein Kundenservice. Einfach weggedrückt. Echt? Wieso das denn? Weiß ich nicht. Harry, kannst du mal ganz kurz reinkommen? Äh... Komm jetzt rein. Ja. Guck mal, ist das rot zu krass? Soll ich mir was anderes anziehen? Ist das rot zu krass oder lieber eine andere Farbe? Jetzt darf ich mal ganz ehrlich sein. Ja, brauche ich gerade, weil ich bin gerade unterstellt. Ja, eigentlich würde es bestimmt toll aussehen. Aber mittlerweile, ich finde, du solltest noch mal was mit den Haaren vorne machen. Oh, weil meine Brüste dann besser sieht. Naja, erstens das und zweitens, das Ding ist wie so ein Vorhang vorne dran. Also, das verdeckt dir überhaupt deine ganzen schönen Klamotten, die du dir gekauft hast. Die, wo du teuer Geld ausgegeben hast, kann keiner richtig angucken. Hängt alles davor. Ja, ich bin am überlegen. Ich weiß nicht, was ich mit meinen, ähm... Ähm... Das hier, das, das, das ist doch auch gut, oder? Echt? Ja. Okay. Gut. Dann ist es entschieden. Okay. Evan hat sich in seinem Kiosk verbarrikadiert und der ganze Stadtpark ist voller Polizisten. Was ist denn da schon so los? Wollen Sie mir jetzt ans Leder? Imaginäre Leute, oder wie? Wieso imaginäre Leute? Naja, er hatte mir mal erzählt, dass er ja durch seinen Shop ja viele Leute kannte. Vargos und auch andere Gruppierungen. Und dass aber mit denen allen gut klar kommt. Aber wahrscheinlich vielleicht doch nicht. Äh, ich, ähm... Wie auch immer. Weißt du, ich habe gerade ein Vertrauensproblem. Ich kann dir gerade nichts erzählen. Evan, kannst du mal einmal springen? Ich will es auch gar nicht wissen. So. Kannst du einmal springen? Ja, habe ich. Hast du? Okay. Okay. Ich nehme noch kurz was zu essen und zu trinken mit. Ja. 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 Mit Higgs, wunderschönen guten Abend. Howdy. Schön, dass du da bist. Okay, gut. Rümpfe mit den Stiefeln. Das sieht ja umwerfend aus. Oh. Oh. Hä? Oh. Äh. Harry, wo bist du gerade? Harry? Harry? Ich bin hier unten. Ich gehe zum Auto. Oh, 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 Gott. Ähm. Du bist ganz schüttelnd. Das soll... Harry? Harry? Harry, du auch? Du auch? So, ich bin jetzt im Auto. Ich bin auch jetzt im Auto. Es wandert Trudinger auch? Schön, dass du sitzt. Äh, keine Ahnung. Das stimmt denn... Ich habe jetzt nur gesehen, dass es noch grün ist. Okay, okay. Warte, ich schaue... Oh, Gott, das wird eine wilde Fahrt. Ähm. 22 Uhr. Oh. Okay, da müssen wir jetzt aber ganz schnell hin. Mhm. Ich bin unterwegs. Scheiße. Na, komm. Ich bin gespannt, was die für Anzüge haben. Passt bestimmt wieder Schweinegeld. Aber egal. Gott. Was ist los? Ich glaube, bei einem von uns ist das Hirn heute ein bisschen langsam. Kann sein. Da vorne links ist er doch schon, oder? Ja, genau. Ähm. Also, ich weiß... Ja, 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 genau. Ja, ja, hier. Ja. Okay, wir sind da. Kannst du aufsteigen? Ist aber krass, was du mit dem Auto so kannst. Ja, oder? Boah. Ja, naja, du kannst so... Du weißt doch auch, welche Drift-Fähigkeiten ich habe. Ich erinnere dich noch mal. Ich glaube, es war ein Millimeter Platz. Und du hast keine Mine verzogen und standst nur eiskalt da. Wow. Wow. Ja, Debbie, das war schon sehr cool. So, jetzt gehen wir aber rein, damit wir doch schnell reinkommen. Da habe ich den tiefsten Respekt vor dir bekommen. Ach, ich glaube, du bist das, weißt du? Ja, was? Du bist heute so ein bisschen... Ähm. Der Eingang ist doch da vorne. Das ist doch Kronio. Ach, die sind nebeneinander. Genau, genau. Okay, aber der Eingang ist doch da vorne, oder? Ah. Ah ja, okay. Scheiße. Audi. Guten Abend. Ah. Das sind die alte Bekannte sind von Möller, meine Damen. Äh, wir würden gerne nach Brodinger. Brodinger, wenn er noch offen hat, gehen Sie einfach durch. Ja, danke schön. Okay, super. Dankeschön. Audi. Ah, ist es auf. Ist es auf. Ja, perfekt. Ich muss ein Telefon abmachen und ich weiß nicht, wer dich anrufen kann. Was? Warum musst du denn... Was? Was sollen wir denn hier... Geht man einfach da hin oder muss man sich beraten lassen hier? Du kannst hin, aber ich weiß nicht. Also ich kann dir sagen... Warte. So, auf der Seite hier sind die Frauenklamotten. Das heißt... Oder? Hier, guck mal hier vorne. Hier müsste ja was sein. Ich frage mal. Oder? Ja, frag, frag am besten nach. Frag mal. Guten Abend. Guten Abend. Howdy. Luisa. Howdy, Lady. Hey. Hallo. Darf man sich hier einfach allein mal umsehen oder wie funktioniert das hier? Ja, Sie können sich auch gerne umsehen oder sich einmal an meine Kollegin wenden, die da hinten steht. Mhm. Bei den Kleidern. Na, dann gucke ich mal. Wo sind die Männer... Wo ist die Männerkleidung? Direkt einmal hier vorne im mittleren Gang. Also ganz vorne sind... Sackguck. Ich möchte Anzüge, ja. Okay. Einfach vorne bei den drei Städten einmal gucken. Ja, super. Okay. Dankeschön. Mhm. Ah, hier gibt es die Hunde. Ah, ja. Grünes Hemd. Ich glaube, wir holen uns jemanden, der uns mal so neuere Sachen zeigt, oder? Oh, ja, das wäre mal viel besser. Neuere Sachen, ja. Weiß. Weiß ist schön. Ah? Andrew Evans Art und Weise, if you know what I'm saying. Ja. Genau. Zum Besuch im Rock. Ähm, wir haben einmal den rosanen Rock mit einem schwarzen... Äh. Howdy, kann mir hier wer weiterhelfen? Ja, natürlich. Hallo. Oh, Howdy. Ich grüße Sie, Mister. Aha. Skinner ist mein Name. Herr Murphy, Geschäftsführer von Brüdinger. Ah, es freut mich. Naja, ich bin auf der Suche nach, ähm... schönen Anzügen, aber allerdings neuere Modelle. Und, ähm... Wissen Sie, es sind so viele hier, äh... Ja. Sie haben... Sie wissen ja bestimmt und haben das direkt griffbereit, oder? Wirst du allgemein den neueren Katalog? Ja. Ja. Haben Sie da eine bestimmte Vorliebe, wie es in welche Richtung es gehen soll, oder? Es darf auch mal was Grünes dabei sein. Aber ansonsten, ähm... Schwarz-Grau. Vielleicht auch Weiß? Ja. Ja, schauen wir doch mal durch. Bin gespannt. Ich auch. Aha. Also, wir haben jetzt hier... Die... Neun Modelle von den... Sackos mit Taschen. Okay. Das wäre einmal zum Beispiel... Das in Petrol. Oh, okay. Ich gebe Ihnen einfach jetzt mal ein paar Modelle mit, die Sie dann in der Umkleide einmal anziehen könnten. Ja. Das machen wir so. Dann habe ich hier... Ich kann was halten für dich. Oh. Du bist ja aufmerksam von der Arie. Was sehr schönes. Ich gebe mich da mal. Ich gebe die Nadelstreifen. So. Ich mache schon mal die. Ich gebe Ihnen auch schon mal Hemden dafür, damit. Ah, okay. Ja. Ah, die Hemden waren alle hier, ja? Genau. Okay. Wie halbierig haben Sie denn eigentlich noch geöffnet, normalerweise? Äh, eigentlich bis 22 Uhr. Wir werden Sie aber jetzt nicht rausschicken. Oh, oh, das ist ja nett. Dann versuchen wir uns trotzdem zu beeilen, damit Sie in Ihren verdienten... Ja, machen Sie in Ruhe. Keine Sorge. Okay. Und Arie, noch was willst du denn gucken? Äh, ich gucke mit dir mit. Also, wenn ich mit in die Kabine darf, würde ich... Kann ich meinen Simpf dazu geben? Ja, na... Ja, klar. Gut. Dann haben wir das und ich gebe Ihnen auch nochmal so ein blaues mit. So. Oh. Haben Sie denn auch Hüte? Haben wir auch da, ja. Was für Hüte haben Sie denn? Haben Sie echtes Detson hier? So, wie ich auch habe. Na, solche Hüte haben wir leider nicht. Wir beschränken uns auf Melonen, Zylinder und so was. Ah, okay. Okay, na ja. Mhm, ich verstehe. Also, müsste ich anfragen, dann müsste ich nochmal... Obwohl wir auch nochmal anfragen. Ja, diesen hier, den ich hier habe, in weiß. Das wäre natürlich noch perfekt. Mhm. Ich schreibe mir das mal auf und dann sage ich Bescheid. Und ich bräuchte ihn wieder in, äh, dunkelbraun. Also, braun. So. Ähm, es müsste... Es handelt sich dabei einfach um ein... Na, wissen Sie, es ist ein echter Cowboy-Hut, ne? Ein Cowboy-Hut in braun und ein Cowboy-Hut in weiß. Alles klar. Ich bin notiert soweit, wie gesagt... Achso, haben Sie hier schon mal was bestellt, oder? Nein, ähm, ich habe zwar hier... Ich bin von der Dynasty. Wir hatten zwar alle mal einen schönen Gutschein hier bekommen, aber ich habe es bisher noch nicht geschafft, hierher zu gehen. Okay, dann... Ja. Haben Sie einmal ein paar Kontaktdaten für mich vielleicht? Natürlich. Also, zum einen, damit Sie wissen, dass ich auch wirklich bin, der ich vorgebe, zu sein. Das ist das... Genau. Ah, ja, okay. Ich werde davon hin. Ah, okay. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Nur durchweg Positives eigentlich. Okay. Über die Dynasty, wenn ich fragen darf? Ähm, eine alte Freundin von mir konnte sie ganz gut. Äh, wer war das denn? Eine Miss Woods. Oh, nein. Das gibt es ja nicht. Ja. Ach, Mrs. Woods, ja. Mit ihrem Mann. Die haben den Flughafen wieder. Die haben doch die, die, ähm... Die hatten hier die, äh, Flugschule. Ja, genau richtig. Ja. Ach, schön. Das freut mich. Ja. Da habe ich jetzt schon ewig nichts mehr von ihr gehört, leider. Ja, ich auch nicht. Ähm. Außerdem bin ich Mr. Woods sogar noch was schuldig. Aber, ja. Äh, haben Sie auch eine Telefonnummer für mich? Aber natürlich. Die 555 ist ja klar. Mhm. 915 607. 915 607. Richtig. Ein Moment, mein Handy geht. Ja. Ja, hi. Kann ich dich gleich zurückrufen? Bin gerade im Kundenwitzenspräch, ja? Okay, bis gleich. So, dann, äh, genau. Bogen Sie mir da einfach mal in die Karte. Also, das mache ich, ja, natürlich. Ähm, ich würde auch gerne, also, Sie haben es schön hier. Sie haben sich schön eingerichtet, ja. Ja, vielen Dank. Ja. Ich war, die ganze Zeit habe ich es noch nie geschafft, äh, hier vorbeizukommen. Das tut mir sehr leid. Sie haben es eigentlich immer gut beworben. Also, präsent waren Sie auf jeden Fall. Hm, ja, wir geben immer unser Bestes. Ja. Nur manchmal, also, heute war tatsächlich eher nicht so viel los, aber man kann auch nicht immer die Bude voll haben. Okay. So, dann gehe ich mal da rein, dann, wo gehe ich das? Genau, also passende Krawatten und so weiter, da können wir uns dann gleich mal drum kümmern. Ja, natürlich, natürlich. So, jetzt habe ich hier nur, äh, haben Sie hier noch irgendwie so ein kleines, äh... Wir können auch Sachen abnehmen. Ach, super, ich wollte, das wollte ich, jetzt habe ich es gesehen. Ja, super. Ach, Sie haben ja an alles gedacht, ja. So. Oh je. Das war, glaube ich, nicht so gedacht. Ich nehme ein weißes Hemd. So. Ja, hier ist ein Spiegel, schauen Sie mal. Gefällt Ihnen die Farbe so, erst mal? Hm, die Farbe ist durchaus mal interessant. Ähm, ähm, mhm, ja, das ist zumindest mal was anderes. Wissen Sie, ich will nicht immer nur diesen Standard schwarz und so, diesen Look haben, da habe ich schon einiges. Ja, genau, und das ist auch mal ein bisschen was. Ähm, aber ich würde auch gerne mal, vielleicht, wenn Sie dann irgendwie was, ähm, ausgefallenes haben, so ein Nadelstreifen und sowas in der Art, äh, wäre ich auch nicht abgeneigt. Genau, das eine, also das andere Sack, was ich Ihnen mitgegeben hatte, das wäre jetzt so ein Nadelstreifen. Okay, dann, dann probiere ich das gerade mal an. Also das, äh, das merke ich mir mal vor. Und, ähm, äh, ich komme gleich, ja. So. So. Ja, den finde ich auch mal gar nicht so schlecht. Ja. Ähm, das steht Ihnen auch sehr gut. Wissen Sie, ich habe den Hut momentan auch in, äh, schwarzer, also wie Sie sehen, und ich habe den auch noch in beige. Ich hatte den mal in braun, aber ich habe da mal einen guten Freund von mir, habe ich eine Freude gemacht, weil der ist so, ne, der war so leider nicht mehr aufzutreiben. Ja. Wissen Sie, mein Opa war auch Hutmacher damals und dann habe ich den einen oder anderen dann auch mal, äh, naja. Also ich, ähm, genau, ich kann das gerne anfangen. Ich werde auch alles dafür geben, aber ich kann es Ihnen jetzt leider nicht versprechen. Ja, kein Problem. Vielleicht muss ich da auch in den anderen laden, das kann ja natürlich auch sein. Ich weiß ja nicht, wie das immer ist, ja, mit diesen ganzen Lizenzen und, äh, mit diesen ganzen Dingen. Ja, eben, genau. Das kann man sich leider nicht aussuchen immer. Das ist je nachdem im Kaser, wer gerade einen guten Tag hat, hm? Oder, ne, da ist ja dafür, äh, wer ja hier ist. Das Mofag ist dafür zuständig. Das Mofag, ja, genau. Ja, dieser Name, hoffentlich kriegen die bald einen neuen, weil der Name ist Programm. Ja, vielen sagen Sie das. Ja. Ja, so, also der würde mir schon gefallen. Ähm, übrigens dieses Hemd ist auch, ähm, also das, was Sie mir mitgegeben haben, das passt natürlich hier, finde ich, nicht so gut dazu, dieses Kobalt-Blau. Mhm, genau. Aber, aber das würde zu anderen Anzug-Kombinationen wahrscheinlich auch mal gut passen. Ja, das war einfach mal nur so, dass Sie mal eine Farbe sehen, die jetzt mal nicht so Standard immer sind. Ja, das verstehe ich. Ja, also ich hab, ich hab auch noch andere ausgefallene Farben da, wie ne Senfgelb und sowas, ne, also das ist alles Geschmackssache. Okay. Ja, aber der Anzug, der gefällt mir wirklich. Dann nur ne schöne Krawatte dazu. Also am Hemd kann man sicherlich immer noch, immer was ändern noch. Äh, wissen Sie, Sie kennen doch diese Standard, äh, diese farbigen, äh, Lackschuhe, diese schwarzen. Haben Sie da eigentlich schuhtechnisch, ich hab mir noch grau, diese grauen Oxford noch geholt, ähm, die sind noch ganz okay, aber haben Sie da auch was in Blau? Ich hab auch was in Blau da, ja. Die Sie hier anhaben, in Grau, finde ich auch ganz gut. Ja, das sind jetzt Enkelboots, die hab ich in schwarz, momentan nicht da, müsste ich ihnen bestellen. Nein, in schwarz will ich die gar nicht. Aber wir können ja gerne mal zusammen rübergehen zur Schuheabteilung. Okay. Ach, Harry, das ist echt ein cooler Laden. Ist das okay, dass ich das schnell mach, ja? Ja, aber kannst du ja auch was, kannst du einen schwarzen, äh, ich hab einen schwarzen Anzug, da muss schon was Besonderes sein. Vielleicht einen schwarzen Nadelstreifenanzug. Oh, ja. Oh, schick. Genau. Ähm, da hab ich jetzt... Das wär jetzt auch ein neues Modell. Das geb ich Ihnen einfach mal. Ja. Wenn wir das beim anprobieren könnten. Oh, dann guck ich mal hier. Oh. Oh, die sind ja cool. Ist so ein bisschen moderner Stil, würde ich sagen, oder? Ja. Auf jeden Fall. Ja, warum nicht? Und die hätte ich auch. Die wirken nochmal ein bisschen edler, auch vom Material her. Okay. Das wär jetzt, äh, wär das jetzt dasselbe Modell, was ich auch trage. Ah. Nur in einem schönen Blau. Okay. Also ich hätte jetzt was gesagt, die anderen... Ich mein, das sind also etwas feineren, vielleicht für den Bürotag, aber ich sag jetzt mal, wenn ich dann wieder einiges unterwegs bin, ich mein, das sind wir bei deiner, das sieht durchaus, dann sind auch die hier. Also ich würde sagen, die sind schon fast modern, oder? Ja, dafür, also dazu noch eine schöne Krawatte, das... Ja. Haben Sie den Anzug auch in schwarz, mit Nadelstreifen? Den habe ich auch in schwarz, ja, ich guck mal hin. Okay. Und einen grünen Ton? Moosgrün habe ich da, ja. Okay, den würde ich auch mal anprobieren. Dann gebe ich Ihnen gerade mal, weil, wissen Sie, dann gebe ich Ihnen mal den anderen, dann ist der nicht so mein Fall, der petrolfarbene, also der durchgehende ist nicht so mein Fall. Dann gebe ich Ihnen da gerade mal die zwei Sachen. Ja. Und das Cobalt-Blaue-Hemd. Kein Problem, geben Sie einfach mal. Okay. Äh. Äh, glaubst du denn dem... Ich gebe Ihnen einfach mal... Frankie hätte niemals diesen Hut bekommen, wenn er es nicht so wäre. Das ist eben eine lange Geschichte. Und ich habe mal das Sakko dazu. Das wäre jetzt derselbe nur in schwarz, mit Nadelstreifen. Okay. Genau, und was wollten Sie noch haben? Moosgrün, sagten Sie. Moosgrün, genau. Wissen Sie, ich trage gerne auch mal die Farben der Firma. Ja, klar, das verstehe ich vollkommen. Wo gehört sich das eigentlich auch? Moosgrün, wo habe ich den denn? Boah, ist der schon weg wieder? Oh, schade. Ah. Den hat bestimmt Max Harvey weggekauft. Das weiß ich nicht. Ich kenne den nicht, aber das kann sein. Aber er scheint auch öfter einkaufen zu gehen. Ja, ich habe normalerweise, habe ich den da, aber... Ich hätte jetzt noch einen hellblauen Nadelstreifenanzug. Nein. Okay. Moosgrün ist leider nicht mehr da. Okay. Dann würde ich jetzt trotzdem... Dann, was sind Sie auf, dann suchen Sie nicht so viel. Dann gehe ich gerade mal rüber im... Achso, ne, warte, bräuchten wir noch. Ja, klar, schauen wir mal. Okay, jetzt müssten Sie mir nur sagen, sind Sie eher Team Breite Krawatte oder eher Team Art Slip? Ich würde sagen, zu diesem Anzug mit diesen Schuhen passt eine schmale Krawatte. Dann soll es eher sportlicher sein. Sportlicher. Gut, weil diese Slips... Ja. Sind vor Gericht zum Beispiel nicht gern gesehen. Easy Schuhe hier, meinen Sie? Ne, diese Schlips, diese etwas... Achso. Die breiten. ...schmaleren Krawatten. Achso, ist das so, ja? Ja, also man sagte mir, man wird vor Gericht damit nicht ernst genommen. Dann geben Sie mir nur mal eine Breite. Gut. Das habe ich ja noch nie gehört. Haben die wohl keine Ahnung von modernen Klamotten, ne? Kann ich Ihnen nicht sagen. Sie müssten da mal dagegen was tun. Sie müssten mal eine Werbeaktion starten. Ich habe hier erst mal eine schlichte Anthrazit, die, ja, ein bisschen in schwarze geht. Okay. Hat einen sehr hochwertigen Stoff auf jeden Fall. Aha. Müssten Sie nur den Knopf mal eben oben zumachen. Ja, das wüsste ich. Jetzt soll ich erst mal... Ach, komm, ich mach's erst mal. Ach, du bist ja... Ach, da war ich schnell, ja. Ach, so. Aber... Das ist sich wahrscheinlich mit offenem Sakko aufpassen. Ja, so wird das besser aussehen. Aber schwarz finde ich da nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Larry, mit der Hose... Ich würde die Hose lieber in einer... Einfarbig nehmen, weil das... Sieht so ein bisschen aus wie ein Störbild. So komplett vom Weiten... Ich kann auch einfach mal... Ich kann auch einfach mal das Jackett ausziehen. Na, ich meinte eigentlich die Hose. Das Jackett ist ganz cool. Ich finde aber die Hose auch cool mit den Schuhen zusammen. Sieht sportlich aus, oder? Also schau mal, Larry, die Schuhe, oder? Hallo. Oder die Schuhe. Das sind so die feineren Schuhe. Ja, Moment. Ja, das sind die schwarzen... Warte, ich guck mal ganz kurz. Moment. Ich geb Ihnen sonst auch gerne noch mal ein paar andere Krawatten. Ähm, ja. Vielleicht auch noch mal eine blaue oder so. Ja, dunkelblau. Ja, ja. Ähm, Larry, die Schuhe, das sind eher die feineren. Die sehen auch gut aus, finde ich. Oh, die sind so hell für die Hose. Ja, das stimmt. Und dann gibt's die hier. Aber die sind eher ein bisschen sportlich. modern. Ich finde das eigentlich cool. Die finde ich auch ganz cool. Ja. Die sieht gut aus. Okay. Dann geben Sie mal die. Mache ich. Dann gebe ich Ihnen schon mal die zurück. Mh, und ich gebe Ihnen auch noch mal die. Okay. Dann warten Sie mal. So, dann gehen wir ja mittlerweile... Oh, okay. Wow, das ist auch eine schöne... Die Farbe, die Farbe geht ja fast unter, über. So. Mh, mh, mh. So, die finde ich eigentlich... Das ist, äh... Harry, das gefällt mir. Ähm, oh, was haben Sie dann noch? Äh, ich glaube... Die andere habe ich mir auch gegeben. Ja. Oh, nein. Mh, mh. Das finde ich passt farblich. Äh, ist nicht mein Geschmack. Ja, verstehe ich. Das ist gut. Wir haben noch mehr. Mh, mh. Dann, äh... Dann nehme ich Ihnen die und die wieder zurück. Ich gebe Ihnen auch noch mal eine... Noch mal diese Fuchsia-farbene. Was ist denn Fuchsia? Das ist so... Oh, oh mein... Oh. Das ist ehrlich. Das ist so ein... Wissen Sie, es gibt doch, ich glaube ich, in diesem Europa, gibt es doch so einen Brauch. Da werden an einem bestimmten Tag die Krawatten abgeschnitten. Ja, das stimmt. Das wäre eine perfekte Krawatte dafür. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich das so... Ausdrücke. Okay. Äh, ja, bitteschön. Alles kurz. Ah, ja, sonst wird es tatsächlich... Also von... Hier hätte ich dann noch... Sven, aber eher eine lila, ne? Oh, je. Das beißt sich doch ein bisschen, oder? Nee, auch nicht. Lady? Ja? Das beißt sich, richtig? Sieht schlimm aus. Die Krawatte? Oh ja, Gottes Willen bitte. Okay, was sagen Sie zu der Krawatte? Ich finde, das geht noch in Ordnung. Ich finde die gut. Ich finde die auch gut. Ja, die ist okay, ja. Okay. Aber streif mir in die Richtung und in die andere, das ist schon komisch. Äh, wie... Was? Wieso? Wer... Ach so, Sie meinen die Krawatte? Mhm. Na ja, es muss ja ein bisschen Kontrast rein, oder? Ja, verkehrt ist sie nicht. Okay. Erst dachte ich, vielleicht eine dünne Krawatte eher einen sportlichen Look wegen den Schuhen. Warte mal, habe ich nicht die einfarbigen auch noch da? Hm. Auf jeden Fall wird Frank... Ich habe noch mal was zum Anprobieren gleich. Ah, okay. Danke Ihnen. Mhm. John, ich habe jetzt die Bestellung... Was hast du denn besorgt? Was hast du zum Anprobieren? Ja, komm mal mit in die Kabine. Aber... Äh, ich bin gleich wieder da. Ich gebe Ihnen noch mal schnell... Ziehen Sie den schwarzen Nadelstreifen auch noch mal mit an. Ah, okay, mache ich. Ja, sieh gut aus. Probieren Sie den. Ich habe den Arry. Warte, schau mal. Also der Anzug hier gefällt mir. Aber, schau mal, ich habe genau den gleichen. So. Und hier. So, gefällt er mir auch ziemlich gut. Muss ich sagen. Warte, ich muss mir das auch machen. Oh mein Gott. Das gefällt mir gut. Das gefällt mir auch. Es sind nur die Schuhe jetzt, die nicht passen. Ja. Das sieht sehr gut aus. Ja, das... Da haben Sie mich jetzt aber, Herr Skinder. Ja, das ist schön. Okay, was hast du für mich? Ähm, ich lege es hier mal, äh, hier in die Ablage, in die untere Reihe, okay? Ja, hau rein. Okay, ich habe nämlich einmal, das interessiert mich gerade. Hier gibt es nämlich ein weißes Shirt für Hemden. Die trägt man unter den Hemden. Dann habe ich dir ein Hemd reingepackt und ein dunkelblaues Business-Shirt. Und mich interessiert das gerade, wenn man ein T-Shirt wirklich mit... Ach, das ist ja cool. Meinst du wirklich, man sieht das so, 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 äh, ey? Aber, ja... Mafiosi-mäßig, so ein Feinripp-Hemd wie früher, so ein Sizilianer, hä? Warte mal, ist es das, was du gerade an hast? Äh, nein, nein, das ist... Das ist das Hemd, äh, normale Hemd, so. Äh, weit, ja, okay, warte mal. Ach so. Aha. Oh, das ist aber eine schöne Weste. Au. Wie, wie... Aber warte mal, nee, nee, du hast die gar nicht... Nee. Doch. Ach so. Aber ohne Uhr. Ach so, das ist einfach nur so ein... Warte mal, ich muss mal die... Warte, so. Meinst du gut, also, das hast du ja alles, hm? Naja, aber so ein weißes Hemd habe ich... Also, in kurz habe ich das nicht, mein so... Also, was heißt in kurz? Also, das ist ja... Warte mal deine Kettos. Das ist ja extra so ein kurzer Schnitt. Ja, finde ich gut. Und dieses blaue Hemd? Aber diese Weste, naja, ich glaube, so eine ähnliche habe ich, aber die ist... Die ist schön arschgrau. Die hast du... Nee, die habe ich nicht. Nee, ach so. Ich habe nur grau, aber nicht dieses helle Grau. Ach, wir hatten einfach jahrelang keinen Kontakt mehr. Ich weiß es einfach nicht. Es wird sich an die Jahre... Was hast du mir denn da jetzt noch? Hast du mir das Hemd noch reingelegt? Nee, da ist ein so... Also, ich habe dir... Wie gefällt Ihnen der schwarze Nadelstreifenanzug, bist du das genau? Oh, der ist perfekt. Sehr schön. Ich bräuchte nur noch Schuhe dazu. Warten Sie. Das Business-Hemd, das dunkelblaue, habe ich hier noch reingelegt. Ja, okay. Ich bin da schnell. Ähm, 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 ähm. Ach so, nee, der ist doof. Äh, ja. Das ist nicht so gut. Okay, ich lege das mal wieder rein. Ich ziehe das nochmal an. Sag mal, in dieser Ablage ist noch ein schwarzes Hemd mit Ärmelhaltern. Kannst du das mal anprobieren? Hä? Das ist meins. Und grau, wo ich die... Ja. Das ist mein... Ach so. Sehr gut. Okay, Entschuldigung. Sorry. Ja. Okay. Ich geh mal kurz raus. Ja. Alles gut. Ach, alles gut. So. Ähm. Nur die Schuhe... Jetzt bräuchte ich noch passende Schuhe dazu. Und dann habe ich den... Dann habe ich den heutige Ausstattung, glaube ich, gefunden. Der gefällt mir. Ja gut, dann schauen wir doch mal nach Schuhe. Ähm. Und den anderen vielleicht auch. Also... Ja. Ja, die blauen Schuhe passen dazu jetzt nicht. Das stimmt. Das stimmt, ja. Ist so... Ähm, haben Sie schon Schuhe zu Hause irgendwelche, oder? Naja, diese Standard-schwarzen Lackschuhe. Ich würde doch schon gerne etwas anderes haben. Ich weiß nicht, was Sie da momentan haben. Aber ein neues Modell oder irgendwas anderes. Mhm. Sieht, diese Standard-Lackschuhe, die sehen aus wie einfach von einer Stange. Das ist nichts Besonderes. Ja, welche hatten Sie gerade, die Sie mir zurückgegeben hatten? Äh... Die hatte ich... Ja, ne, die habe ich, glaube ich, im braunen gehabt. Bin dann weg, ja. Okay, dann geben Sie... Warten Sie, ich probiere die mal. Ich habe die gerade hier. Ich probiere die gerade mal. Alles klar, verliegen. Bis dann. Ne, die nicht. Nein, nein, nein. Die nicht. Aber... Oh Gott, diese... Ne, leider. Die blaue Sohle macht das... Ja, mit der... Das ist schwierig, ja. Idee, aber nicht das, was ich suche. Ich lege sie wieder zurück. Dann nehmen Sie doch mal die klassischen Oxfords. Ich glaube, die... Ich glaube, das sind die, oder? Das sind die, die ich habe. Ja, die habe ich. Die haben Sie, okay. Dann nehmen Sie... Wann hast du die? Ja, die habe ich, richtig. Okay, schwarze Lackschuhe haben Sie dann auch. Dann gebe ich Ihnen... Äh... Die zurück. Dann habe ich jetzt noch einen kleinen Geheimtipp. Nimm Sie mal die Runden und Swords. Oh, okay. Oh, das sind die, die Sie haben, oder? Ne, so ähnlich. Na, fast. Fast. Ah. Das passt aber nicht so richtig, glaube ich. Naja, würde mit der Krawatte tatsächlich wieder ein bisschen passen. Also, sonst sitzt da halt wirklich sehr schwarz unterwegs. Haben Sie... Achso, die grauen Oxfords haben ja so einen grünen in der Sohle. Haben Sie sowas noch anders? So, weil... Wissen Sie, dann würde ich lieber ein helleres Grauen nehmen. Oh, was ist das denn jetzt? Audi Max, lass uns doch bitte beim Oceans oben treffen beim Parkplatz dann. Ist das okay? Ich bin gerade noch beim Brodinger und, äh, ja, ich bringe das mal zum Abfluss. Ja, ich setze mich neben, äh, da wo die Stühle sind, wo das Kassenhäuschen ist. Da setze ich mich hin, okay? Okay, wir beeilen uns. Es kann sein, dass es noch dauert. Ich muss dann gleich noch bezahlen, das Zeug anpacken. Ja, alles gut. Pass auf, ich fahre so nach 10 Minuten, Viertelstunde los. Ja, okay. Machen wir so, alles klar. Okay, ciao. Mach's gut. So, Entschuldigung. Ich lege hin, hier nochmal andere raus, die eventuell passen könnten. Äh, ja, Moment. Wird's so langsam schwierig. Äh, das ist mal gut zu wissen, dass sie solche haben, aber, äh, naja, nicht zu diesem Anzug. Hm. Oh. Die sind ja spannend. Ja, die sind sehr wild. Ja, das passt nicht so wirklich zum Anzug. Nee, aber ich frage mich, welcher Anzug passt dazu. Grau? Na, auch nicht. Weiß? Weiß vielleicht. Ja, aber eher was Beiges auch wieder. Weiß und Beige, ja. Hm. Das muss ich mir merken. Die Schuhe sind aber trotzdem, die sind ziemlich cool. Gentlemen Bros. Also, diese Ausstattung. Äh, dann würde ich sagen... Hm, genau. Ansonsten schwarze Oxfords, die kennen sie wahrscheinlich. Die Lackschuhe haben sie ja auch schon. Ja. Ich frage mal Ari zu diesen Schuhen. Ja. Okay, ach so, die anderen, die... Ich drücke die gerade in die Hand, wenn ich darf. Mhm, klar. Damit nichts verloren geht hier. So. So, ein paar habe ich noch. Ja, geben sie ruhig. Okay. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Ja, klar. Ja, klar. Ehrliche Meinung. Was sagst du zu den Schuhen? Mit der Krawatte in Verbindung. Ich finde sie... Naja, nicht ganz so optimal irgendwie. Ich wollte was anderes als schwarz oder andere schwarze, aber... Ja, ich weiß, was du meinst. Aber dazu müssen die noch ein bisschen dunkler sein. Das zerstört das irgendwie so ein bisschen. Ja, das stimmt. Ja, dann bleibst du... Dann bleibst du bei den schwarzen Schuhen. Schuhen. Okay. Okay, dann würde ich gerne... Also, hören Sie. Was würde denn jetzt einmal der Nadelstreifen anzugehen? Blau? Moment, das Hemd ist ja Standard. Daddy, nimm den Gutschein. Was machst du denn jetzt? Mach mal an meiner Kasse, ja? Mach, Daddy. Okay, wir machen das an der Kasse. Also, gehen Sie auch ruhig einmal hier rum. Oh, okay. So, geben Sie mir einfach mal Ihre Teile, die Sie schon mal sicher wissen. Ja, also auf jeden Fall schon mal... Achso, ja. Was ich gerade anhabe. Also außer das Heid das Hemd. Beziehungsweise doch eins nehme ich mal mit. So ein weißes Schalte. Doch, ein weißes Hemd. Doch, doch, doch. Ja, das war dieses formelle Hemd. Das einmal. Mhm, ja. Dann der schwarze Nadelstreifen. Also Sack und Hose. So wie die blaue Nadelstreifen. Sack und Hose. Ja, Moment. Ja, Moment. Und einmal diese blauen, äh, diese moderneren, äh, Brokes, oder was waren das nochmal? Ja. Die Schuhe. Das waren jetzt, ähm, schwarze, oder? Äh, nee, 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 diese blauen, diese modernen. Die, die ich hieran habe, will ich Ihnen wiedergeben. Also das ist doch alles nix. Äh, ich kann Sie ihn gerne hier. Ist das in Ordnung, wenn ich Sie hier so... Können Sie mir hier hinlegen. Ja, okay, so. Also die, dann hatten Sie... Brokes und eine Krawatte hatten Sie jetzt... Welche war das genau? Ach so, ja, die hier, Verzeihung. Ja, diese, diese hier, diese weiß gestreifte... Eine weiß gestreifte, ja. Gerade. Mhm. Ja, man, Gamescom, seid ihr auch da? Chaser, bist du dabei? Ähm, hier, äh, Dagi, bist du auf der Gamescom? Genau, da wären wir... Also ein weißes Hemd. Ja. Drei Anzüge, einmal die Schuhe und einmal die Krawatte wären wir bei 1135 Dollar. Perfekt. Das, äh, dann ziehe ich da gerade mal meine Karte durch, würde ich sagen. Okay, möchtest du... Ja, können Sie machen, Moment. Ähm, oder haben Sie auch sowas wie... einen Neukundenbonus oder, oder, oder auch so eine Kundenkarte oder sowas? Ach so, ich müsste die, ähm, Sachen einmal vorher haben. Oh, alle? Also, dass ich die einmal umziehen. Ja, weil ich die abscannen muss. Oh, Verzeihung. Ja, natürlich. Ach, schade. Ähm, da wird, ähm, ja, okay. Dann, Moment. Äh, ich muss mich ja umziehen. Harry, ziehst du das mal an da drin? Äh, warte sofort, ja? Ist das so ein blaues Kleid, so ein Rosenkleid? Äh, ja, ich weiß nicht, ob's blaue... Ja, zieh es mal an. Das war schön, aber das... Was? Ich muss nur kurz arbeitstechnisch was machen. Ja, wir müssen gleich eigentlich auch... Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich bleib mir ein SMS. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ob's nicht mehr so ein bisschen 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 mehr Vielen Dank. Ich lege ihn hier einfach mal auf die Kasse, oder? Wir können sie auch machen, klar. Ich lege ihn das einfach so hier mitten rein. So hier. Dann der Anzug... Achso, warten Sie. Und so. So. Jetzt hier. Sechs Teile. Achso, die Schuhe fehlen noch. Die blauen. Diese modernen Sneaker. Äh, genau. Und, äh... Ari, was ist denn... Hast du es jetzt... Willst du das haben? Nein, ich habe es anprobiert und das Kleid ist schön, aber die Farbe ist nicht gut. Oh, okay. Hey, ich dachte, ich hätte es dir gekauft. Okay. Ja, das ist gut. Ich habe wirklich genug. Okay. Genau. Also wie gesagt, wären es zusammen dann 1135 Dollar. Okay. Dann ziehe ich mal die Karte durch dafür. Machen Sie 1100... Was sagten Sie? Ich komme mal kurz rum, da ist der Empfang ein bisschen besser. Ja. Das stört es uns immer mit unserem Kassensystem. Achso. Also 1100, was waren das? 35? 1135, ja. Dann machen wir 1200 glatt und dann passt das. Alles klar. Dann habe ich hier das Kartenlesegerät. Aha. Dann kann ich die Karte bitte draufhalten. Aber natürlich. Bitteschön. Da, Karte zurück. Wow. Den blauen wollte ich unbedingt auch haben, Ari. Da freue ich mich, dass du dich freust. Dann einmal... Soll ich ihn das einpacken in der Tüte, oder? Oh, das wäre nett. Den blauen Anzug würde ich gerne noch anziehen, wenn das okay ist. Mit den Schuhen. Ja, gut dann. Die Schuhe fehlen noch. Schuhe suche ich Ihnen raus. Ich kann auch was zeigen. Ja, ich muss jetzt gerade... Ich... Ich... Ich ziehe das nochmal schnell an. Ich ziehe das mal schnell an. Ja, gerne. Oh mein. Oh, Verzeihung, wie muss ich hier loswerden? Entschuldigung, ich wollte hier nicht noch einen Augenschock in Ihrem Feueramt verpassen, aber ja. Oh, Verzeihung, das hat mich an meinem Den erinnert. Ich hab deine, ich hab deine Schuhe. Oh, darf ich? Oh, warte, dann. Ich geb dir mal. Kann man denn die Tüte packen? Oh ja. Ja, ich geb dir mal in die Tüte. Ich zeige noch mal, ach, Kragen richten hier. Moment. Ah, okay. Genau. Super. Ja, sehr schön. Genau, zur Krawatte, Sie können sie auch noch anders legen, wie Sie möchten, wenn Sie da mal ein bisschen dran zupfen. Dann haben Sie da auch noch andere Möglichkeiten. Nur, dass Sie das mal gehört haben. Aha, okay. Ach, das ist ja, ja stimmt, ja natürlich, ja klar. Ich meine, das ist dann so die Feierabendgeschichte. Ja. Ja, genau. Okay. Gut. Super. Wunderbar. Dann, äh, begleite ich Sie gerne noch raus. Dankeschön. Oh, Eri, äh, darf ich da, willst du, okay, trag du ruhig die Tüte, sieht besser aus. Sieht so aus, das, äh, du machst wieder voll gleich schaffen. Okay. Ich danke Ihnen nochmal. Und, ähm, ja, dann, äh, aufeinander mal. Natürlich. Schönen Feierabend, haudi, dankeschön. Überzeugt. Haudi. Oh Gott, haudi. Wo ist dein Auto? Ich er blind? Hä? Scheiße, nochmal. Geh dir rechts. Achso. Hä? Hä? Andere Seite. Da vorne. Mach, du verwirrst mich. Wir waren, äh, da vorne. Da vorne haben wir gepackt. Oh, scheiße, bist du mir rein. Ich hatte jetzt mal einen ganz kurzen Herzinfarkt bekommen. Und wo soll ich deine Cowboy-Schuhe, äh, deine Stiefel, äh, reinpacken? Ach, in den Koffer rum, glaube ich. Ist sogar noch ein Plätzchen frei. Zwischen all den Maden. Larry. Ja? Ich sag dazu nichts. Darf ich mal ehrlich sein? Hast du bestimmt den Baseballschläger da gesehen, oder? Habe ich immer noch gesehen, ja. Das ist der Sandy-Shaws-Penetrator, ja? Und, ähm, ich bin ehrlich zu dir. Ich habe mir den geholt, damit ich einfach was dabei habe, um mich mal zu wehren, wenn es nötig ist. Oder auch eben für dich da zu sein, wenn es nötig ist, okay? Das habe ich nicht gehört. Warte, Larry. Dann will ich mit den Leuten um dich spielen. Nein, also du weißt, für was ich... Nein, das ist so, wie ich sage. Du bist... Nachdem die Sache war, hast du dir ein Motorrad geholt. Du hast, als ich dich gesehen habe, deine normalen Klamotten wieder an. Du warst wieder im Norden. Ja. Und jetzt stehst du wieder vor mir im Anzug-Hut mit Sherry. Ich... Ja? Mir macht das ein bisschen Sorgen, weißt du? Ah, das muss es nicht. Ich bin hier in der Stadt und in der Stadt, äh, arbeitstechnisch bei Dynastie kleide ich mich gerne so, aber wenn ich auch mal einfach so unterwegs bin, habe ich gerne meine bequemen schönen Klamotten an, verstehst du? Und, äh, ja. Aber erinnerst du gerade irgendwie deine Pässe? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, du bist... Das ist nicht das, was du dir eigentlich wünschst. Doch. Weil wenn ich weg bin... Weiß ich nicht. Und dann hast du ja noch so einen Steger geholt, so. Ja, den habe ich geholt, falls irgendwie... ... falls ich mich mal doch wehren muss gegen die Idioten, die herdaunt mit Messern und sonstiger Scheiße rumlaufen. Ja, wo, dass wir die dann so... Ja, genau. Und die dann auch so schnell da sind. Ja, wenn die eine Waffe dann ziehen, weil sie sauer sind, ist das natürlich auch nicht so toll. Ich will nicht, dass dir was passiert. Das stimmt. Aber, ähm... Die Leute überlegen sich vielleicht zweimal. Na ja, aber weißt du, insgesamt weißt du ja, ich bin ja echt ein Fan von Baseball. Ich habe dich noch nie Baseball spielen gesehen. Ja, das kann man ja hier auch schlecht spielen bei den ganzen komischen Leuten. Außerdem ist hier das Baseball meiner Meinung nach sowieso nicht so gut vertreten. Schrecker war noch ein Fan. Wir haben uns oft ausgetauscht damals. Aber, na ja. Ach, ich vermisse ihn schon, muss ich euch sagen. Ja. Den dem fand ich auch netter als deinen jetzigen guten Kumpel. Aber ich... Aber jetzt... Also, keine... Boah! Also! Was ist? Gar nichts. Das ist, ähm... Ich musste gerade an die Zukunft denken. Da gibt es bestimmt jemand hochfliegender Autos. Aha. Ein bisschen abgehoben, das Thema, oder? Ein bisschen abgehoben, ja. Ah, ich verstehe. Nein, keine Sorge, ich schreibe dir auch deine Freundin nicht vor, oder so. Alles gut. Das würde ich auch nicht bei dir, aber mich würde es trotzdem interessiert mich, dass, ähm... Was hat Max eigentlich getan? Oder hat er überhaupt... Oder ist es einfach die Art von ihm? Oder was kannst du da nicht leiden? Äh, nicht nur die Art von ihm. Ich habe mich ja damals mit ihm beim Ellis unterhalten. Hey, hübsch. Und, äh, da meinte er, er sucht eine Frau. Und so wie er sich, äh, da geäußert hat, in dem, äh, was er sucht, oder was er von Frauen erwartet, äh, war mir klar, das ist jetzt ein Mensch, mit dem möchte ich nicht so viel zu tun haben. Da teile ich die Ansichten nämlich nicht so. Ich sage es mal sehr höftig. Okay, ich verstehe. Och, jetzt gibt doch Gas. Dann lass uns bleiben. Wir sind jetzt aber nicht hinten raufgefahren, als du gesagt hast, jetzt gib mal Gas, ne? Äh, nein. Ah, Junge. Nein, oh, oh. Ein verrückter Mittendrin bremsen. Das war unglaublich, die Leute. Ja, ja, ja. Aber keine Sorge, ich sage gleich nichts. Nein, es interessiert mich nur, ich, äh, ich bin immer sehr verwundert. Eigentlich halte ich ihn mal, äh, er ist bisher immer ganz höflich. Ich meine, gut, er trinkt gern mal einen über den Durst im Ellis oder so, aber ansonsten ist er wirklich stets ein höflicher Kerl. Ja, ja, ich glaube, ihr versteht euch gut, weil, äh, du leider auch, ich meine, du hast dich ja schon gut geändert, so, weißt du, aber... Ja, was willst du sagen? Du warst ja auch, du hast mir doch mal gesagt, dass du eigentlich, äh, eher konservativ warst. Ja. Ja, 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 ein anderes Verständnis von, äh, Beziehung und Ehe und so hattest. Ja. Ja. Kommt mir jetzt nicht mehr so vor, als wäre das bei dir so. Ja, aber was hat das mit Max zu tun? Wie gesagt, ich hatte mich doch damals mit ihnen unterhalten. Habe ich, habe ich doch gerade alles erklärt? Ja, 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 aber... Hm, ach, du meinst, deswegen verstehen wir uns besser, oder gut? Nein. Weil wir uns vorher, äh, weil wir, ich meine, ich bin nicht mehr so, das hast du gerade relativiert. Nein, deswegen fangen dir Sachen wahrscheinlich nicht auf, so wie, äh, es mir jetzt als Frau auffällt. Ach so, okay. Das ist ja okay, ich hasse den ja auch nicht, gar nicht. Ich habe nur gemerkt, dass ich mich, äh, jetzt nicht privat, äh, gern mit ihm unterhalten würde. Keine Ahnung, weiß nicht, wie ich das sage. Willst du dir anhören, was er sagt? Also er sagt, er hört nichts dagegen. Ja, ich, 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 ich höre nur zu, sei es in Ordnung. Okay. Ich kann aber auch im Auto warten, ist auch nicht. Nein, hör, du kannst zurück mit und zuhören. Mhm. Gehst du deinem Auto rum und so, ich weiß es. Besser, aber okay für mich. Also, wirklich. Oh, ich freue mich mit dir. Na ja. Oh Gott, ja, stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Ich habe Angst, Davy. Das brauchst du wirklich nicht haben. Ja, ich habe auch wirklich Angst. Was ist, wenn, wenn irgendwo ein Leck drin ist und ich bin dann ganz alleine? Nein, du bist nicht, du bist niemals alleine. Das wirst du gerade, das wirst du gleich erfahren. Du bist niemals alleine. Es tauchen geht immer nach dem Buddy-Prinzip. Wie im Pity. Immer das Buddy-Prinzip. Man passt aufeinander auf. Und, ähm, diesmal hast du ja sogar zwei Buddys. Einmal einen, einen jahrelang erfahrenen Taucher, der, äh, ne, einen Tauchlehrer. Wer weiß, was er macht und der weiß, worauf er achten muss. Und du hast mich. Und ich achte auch auf dich. Ja, okay, aber wie kommunizieren wir denn miteinander? Das, äh, erklärt er dir dann. Wie teuer ist das denn jetzt heute? Das mache ich. Wie teuer ist das denn? Weiß ich nicht. Trotzdem mache ich das. Schließlich will ich dich die ganze Zeit dazu ja schon überreden. Es ist schön, dass es dann heute mal geklappt hat. Für den, für den OWD, für diesen ersten Schein braucht man vier Stunden. Was? Also vier, vier Einheiten. Nein, nein. Ach so. Es ist nur eine, äh, heute eine Einheit sozusagen. Ach du Scheiße, ich hätte gleich aufgehen können. Hier, das mal geht. Kann ich hier nicht auch? Warte mal. Bist du hier doch? Ja, vorsichtig. Wir müssen nur gleich vorher einmal pinkeln gehen. Okay. Oder währenddessen. Ich habe keine Ahnung. Du kannst so hinter dem Bushalt der Stelle, oder wie? Nein, nein. Ach, weißt du was? Hier so ein kleines Häuschen. Wäre doch auch schön, oder? Hm, da ist ja mal zu weit raus. Ja, das stimmt. Diese ganzen Unterschiede zwischen uns. Aber dich würde ich hier sehen. Hm, macht aber auch keinen großen Sinn. Ist dann die Chance, das Büro ist zu weit, ist auch wieder zu fahren. In die Stadt ist dann immer zu fahren. Hm. Schauen wir mal hier unten, das hat schon beleuchtet. Ja, das stimmt. Ist noch gar nicht da. Oh, dann gehe ich mal, äh, kurz auf die Toilette, ja? Ah, Moment. Motor ist aus. Keinig. Okay. 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 Hi, Larry. Ich bin da. Ich bin unterwegs. Ich bin in zwei Minuten da. Ich bin auf dem Highway schon. Ah, okay. Bis gleich. Ich gebe, ich gebe Vollgas. Ah, nein, nein, nein. Verforsichtig, hofft das. Aber bei 90 ist Ende. Bei 90 ist Ende. Mehr geht nicht. Schade. Bei mir sind wir da. Ja, weil sonst... Nee, das Problem ist, ich habe kein starkes Haarspray mehr zu Hause. Und dann ist meine Frisur kaputt. Ah, ah, äh, kauf dir Pomade. Bis gleich. Pomade, ja? Ja. Okay, danke für den Tipp. Mach ich. Bis gleich mal, Freund. Ciao. Bis gleich, hauli. Das haben wir ordentlich gekauft, ne? Das haben wir ordentlich gekauft. Das haben wir ordentlich gekauft. Ja, Mann. Zuckerwasser. Das ist noch der typische... Das ist noch der richtige Klassiker. Zuckerwasser in die Haare. Das ist der Klassiker. So, Wilfer. 24, 25 auf der Gainscore. Ich bin am 23. und 24. Das ist auch der ganze Zeit. Das ist noch der richtige Klassiker. Das ist noch der beste Klassiker. Ja. Das ist noch der beste Klassiker. geschenkt. Vielen, vielen Dank. Wimchi, danke. Ah, ihr seid wieder der Hammer. Vielen Dank für euren krassen Support, echt. Möglicherweise ja. Hey ho, verspätet mich ein paar Minuten. Kein Problem, habe hier am Steg oberhalb vom Ocean gleich noch ein wichtiges Gespräch mit deinem Freund. Hoffe, das geht schnell. Grüß Gott. Na? Na? Der Tauchler hat gerade geschrieben, Matteo. Er verspätet sich ein paar Minuten. Ach so, ich dachte, du redest zuerst mit... Ja, 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 eigentlich um 22.30 Uhr. Und um 23 Uhr war mal den Termin. Er hat gesagt, er verspätet sich ein paar Minuten. Ich habe gesagt, ja, ich habe hier gleich noch am Steg oberhalb vom Ocean ein Gespräch mit deinem Freund. Hoffe, das geht schnell. Ich habe Zeit, kein Stress. Okay. Hey ho, stranger. Okay. Dann, äh... Kann man geruhigter sein. Hey. Jetzt hast du doch nichts gekauft. Nee. Ich hatte, ähm... Während du dir ein Motorrad gekauft hast, habe ich ganz Afrodonis, Brodinger, UpToDate und ProLabs der gekauft. Okay. Ich habe hier noch was für dich. Bitte. Was ist das? Wer hat denn? Um... Neri? Ach, da ist er. Neri, du solltest den benutzen. Ich meinte das ernst. Ja, und ich meinte das im Ernst, dass ich den dir geschenkt habe. Was soll das denn? Hin und her hier. Mann, nee. Ist gut jetzt. Nimm dich gleich noch zurück. Ach, ach. Guten Abend, hallo. Hallo. Hey. Hey, grüße euch. Mhm. Ja. Na? Wie geht's hier? Ach, naja, es geht so. Ja. Okay. Ich habe, äh... Weswegen... Darum muss ich mit dir persönlich darüber sprechen. Ähm, Ari, du kannst das ruhig mithören. Das ist überhaupt gar kein Problem. Also, solange es nichts Illegales ist, alles verhindert. Nein, ist es nicht. Ähm, also, pass auf. Ich nenne es. Bitte jetzt nicht lachen, okay? Nicht lachen. Okay, ich nenne es nicht. Ich war letztens am Kiosk, ja? Okay, du meinst am Stadtpark? Ja, genau, bei Evan. Äh, okay. So, und habe mir wie immer meine Feier am Brezel abgeholt, ja? Ja. So, Börtchen hier, Börtchen da, tralala. So, auf einmal kam Evan zu mir an und sagte, Mensch, Max, ich habe eine Idee. Ich habe eine sehr gute Idee. Was hältst du denn davon, wenn er mein Kurs hier oben ist für den Kiosk? Was? Ja. Äh, okay. Ja, Hintergrund der ganzen Sache ist nämlich, Evan ist ja nicht mehr mit Maria zusammen. Ach so? Wieso, das denn nicht? Ja, ich habe es jetzt nicht weiter groß hinterfragt. Auf jeden Fall hat sie sich auf jeden Fall getrennt oder er hat sich getrennt. Sie irgendwie, naja, also du weißt ja, wie es ist. So richtig kommt ja keiner mit der Wahrheit um die Ecke der Männer. Okay. Ja, naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, deswegen ist sie ja keine Kurs hier oben mehr. Und er hat jetzt vorgeschlagen, das zu machen. Okay. So, jetzt habe ich natürlich mit Rebecca schon gesprochen und mit einigen anderen darüber, weil, wie gesagt, mir kommt das ein bisschen koscher vor. Ich war jetzt in einem Tag da, da haben wir mal so ein bisschen... Was kommt dir das vor? Bisschen koscher, also nicht vernünftig. Also nicht ganz koscher. Nicht ganz koscher, genau. Ah, okay. Kommen wir ein bisschen komisch bei vor. Ja, okay. Ja, also nicht korrekt, wenn ihr weiß, was ich meine. Ja. Und ich habe, wie gesagt, mit Rebecca darüber gesprochen. Die sagte, naja, also ich weiß nicht, dass es nichts Gutes und so weiter. Und dadurch, dass du ja nun, sag ich mal, du und Evan, ihr kennt euch ja ein bisschen näher und so eine Sachen. Und mittlerweile habe ich auch von extern gehört, dass das nicht über einen guten Stern steht, das Ganze. Und wie gesagt, ich habe einfach nur, ja, ich habe einfach nur, ja, wie soll ich das sagen, Respekt oder Schiss davor, eine falsche Entscheidung zu treffen. Heute war aber, heute war ja auch noch irgendwas los in der Stadt, oder? Ja, ich habe es auf Venture gelesen, der Kiosk war umstellt oder so. Aber ich habe es mir jetzt gerade nicht genauer durchgelesen. Also ich weiß wirklich nicht, ob du dir da was Gutes tust. Hey, du bist Anwalt und du bist bei deines Ziel. Also ich würde es nicht übertreiben. Das ist meine Meinung. Und vor allem nicht mit dem Laden. Ja, genau. Die Meinung wollte ich von dir hören. Also das ist jetzt, ja. Ja, genau. Deswegen bin ich hierher gekommen und um eben noch mal deine Meinung darüber zu hören. Evan ist kompliziert. Ja, wie gesagt, es kam mir schon komisch vor. Wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, was denn so meine Aufgaben sind. Ja, klar, Wirtschaftlichkeit, hin oder her. Ja. Den ganzen Kram, Geschäftsabläufe. Ist ja alles in Ordnung. Ja. Ja, was du noch? Ja, so ein bisschen. Ja, ich werde dich dann informieren, wo ich dann hinfahre und so eine Sachen. Und ich sage, ja, du, das interessiert mich eigentlich gar nicht, wo du hinfährst. Also wenn du irgendwo hinfahren willst, wirst du dahin, sage ich. Also das ist ja, ja, und du hast ja noch meine Kontakte und so eine Sachen da kennenlernen. Und so, ich sage, na ja, ich sage, ihr Geschäftspartner, ja, wer dir die Britzen verkauft, ja, okay. Ja, und das kam mir alles so komisch vor. Also, ja, also jetzt ganz ehrlich, du hast hart, du hast hart gearbeitet für deine Anwaltslizenz. Ja. Du hast bei der Donnercy auch hart gearbeitet. Das ist. Okay. Wie gesagt, ich war jetzt auch nicht beim Probearbeiten oder so eine Sachen gewesen. Da habe ich mich gestern krank gemeldet, aber wie gesagt, deine Meinung war mir jetzt nochmal wichtig. So als Pointe, weißt du? Ja, das ist, das ehrt mich unter. Ja, aber, ja. Ja. Nö, dann lasse ich das. Ja, einfach um es kurz zu halten. Ja, also, es ist, glaube ich, wie gesagt, ich glaube, es trifft es ganz gut. Es ist nicht so koscher. Ich glaube, du hast ein gutes Bauchgefühl. Hört drauf, okay? Ich war wieder da. Okay. Ja, nee, Larry, wie gesagt, das wird es sein. Und für die tägliche Feierabendbrezel, na ja. Die könnt ihr auch wie anders verkaufen. Die musst du dir ja nicht selber aus der Packung nehmen und in den Ofen schmeißen. Okay. Ja, das ist alles klar. Aber wie gesagt, Larry, ich wusste, du hast da vielleicht ein paar mehr Hintergründe oder so eine Sache. Interessiert mich auch gar nicht, was das für welche sind. Ja. Aber wie gesagt, ich wollte einfach nur, wollte einfach nochmal deine Meinung hören, weil du Evan schon länger kennst. Und, äh... Ja, das dachte ich lange Zeit, ja. Okay, ja. Aber das ist, ach, das ist wirklich kompliziert. Und ich will dir nicht, vielleicht, weißt du, auf der einen Seite verstehe ich Evan irgendwo. Ja. Glaub ihm gewisse Dinge. Aber es ist insgesamt alles sehr schwer. Und, ähm, irgendwas glaube ich, ist, ich glaube, irgendwo dazwischen, weißt du, er erzählt mir vielleicht einerseits die Wahrheit und auf der anderen Seite irgendwo bleibt, ist da noch irgendwie was unter dem Tisch gekehrt. Und irgendwie, ich glaube, die Wahrheit ist irgendwo dazwischen. Und, ähm, ja, dies ist nicht ganz koscher, glaube ich, das ist ein, du, ich glaube, du hast ein gutes, eine gute Intuition. Lass es lieber. Und gerade vor dem Hintergrund, dass du hier, du bist in Geschäftsbereichen tätig, wo du sowieso aufpassen musst, hinsichtlich irgendeiner, äh, ja, Verwicklung in Korruption, Verwicklung in sonstigen Geschichten. Genau, und davor habe ich nämlich, ja, da habe ich Angst, dass es nicht, sage ich mal, aber ich sage mal so. Es gibt Geschichten und an jedem Geschichten ist manchmal ein Körnchen Wahrheit dran. Genau, ich habe da, äh. Manchmal reicht es einfach sogar nur zu wissen, dass du vielleicht der CEO von dem Laden bist und dann bist du hier ein Anwalt, aber dein Hof ist im Arsch. Genau, und dann brauche ich mich nirgendwo blicken lassen, das ist das Problem. Ja, ja. Lass es lieber. Ja, okay, alles klar. Das nehme ich mir zu Herzen, das mache ich auch. Okay. Ja, wie gesagt, ich habe auch von Mandanten schon was gehört, was mir, ja, wo mir die Alarmglocken angegangen sind. Okay. Ja. CEO sein ist vielleicht mal ganz cool, aber hey. Ja, wäre Co-CEO nur, ne? Ja, oder Co-CEO, aber dann vielleicht ein anderer Laden. Ja, aber du, ich habe ja ein, äh, weiß ja noch gar nicht, ne? Ähm. Was denn? Ja, ich übernehme jetzt, äh, also als Co-CEO eine Anwaltskanzlei. Ach, ist nicht wahr. Doch. Ah, ein bisschen richtiger Durchstarter. Ja. Okay. Eine komplett neu gegründete Anwaltskanzlei, die es jetzt erst seit 1.7. gibt. Wie heißt sie? Gegründet worden. Ähm, Lauren Justice. Cool. Genau, richtig. Na, ich sage mal so, ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst. Macht ja auch Geschäftsabschlüsse mit Mandanten oder vertreten ihr nur, äh, die Leute in rechts? Wir machen alles. Wir machen ein Notariat, wir machen alles. Also wir sind, unser Motto ist, ähm, so vertritt es auch der CEO nach außen, ähm, Jack Börner. Ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist wirklich schon ein langer Anwalt hier. Ganz, ganz lange. Sag mir nichts. Ich habe nie einen Anwalt gebraucht. Ja, manchmal ist es auch gut. Ja, gut, manchmal brauchen wir mal einen Einfahro für ein Testament oder für, ne? Ja, das stimmt. Aber da habe ich alles hinterlegt bei Mortations in einem Vertrag. Stimmt, das kann man da auch machen. Das ist richtig. Ähm, aber wie gesagt, das, äh, Wichtige daran ist im Teil ganz einfach, äh, wer hat das eine komplett neue Kanzlei und, ja, das, ja, das wird. Okay. Hey, du kennst du da diese Serie? Ich habe die mir letztes Mal angeguckt, fand ich voll cool. Die nennt sich Suits. Okay. Gut, Suits, Reri. Ja, Suits, richtig. Oh, Gott. Sag mir jetzt nicht so. Und was geht es dann da? Ja, da geht es um Anwälte. Und ich kann dir eins sagen, schau dir mal, schau dir mal die erste Folge an und dann noch die zweite und ich wette mit dir, es wird dir gefallen. Da spielt eine echte Prinzessin mit. Echt? Echte Prinzessin. Echte Prinzessin, okay, vielleicht bin ich noch nicht so, ich bin bei der dritten Folge. Ich habe nicht so viel Zeit. Bei der dritten Folge erst. Ja, aber sie ist gut. Okay. Und da sehe ich dich. Okay. Gerade, weißt du, denk einfach an deinen Namen. Ich meine, du bist nicht so wie der Typ da. Aber die Namensgleichheit ist einfach schön, hat mich auch noch gerade daran erinnert. Wieso, gibt es da auch einen Max, oder? Nein, es gibt einen Harry. Ja, aber gut, dass ich es so mit Nachnamen heiße. Ja, richtig. Und du bist auch nicht so wie der Typ. Okay. Aber sie ist witzig. Gut. Sollte ich die mal gucken. Ja, ihr wollt tauchen gehen bestimmt, ja? Ja, das ist richtig. Wir warten noch auf Matteo. Ich habe es immer noch nicht geschafft, meinen dritten Tauchgang zu machen, ne? Das ist echt traurig. Ja, es ist total unangenehm. Macht doch einfach mit. Oder wir treffen uns beim nächsten Mal, okay? Ja, ich denke mal. Ja, das ist besser. Geht ihr beide ruhig mal tauchen, alles gut. Ja, machen wir. Ich habe heute auch noch ein paar Sachen um die Ohren. Ich muss jetzt nochmal zum Stay Present fahren, also von daher. Okay, alles klar. Ja. Aber sonst gerne. In Ordnung. Ja, danke Larry für die offenen Worte, ne? Ja. Also es war mir wirklich wichtig nochmal, das von dir aufzuhören, ne? Okay. Okay. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Tauchen. Danke. Dir auch. Und, äh... Bei deiner weiteren... Ja, äh... Bald Rescue Diver, oder wie nennt sich das? Ne, ja. Erstmal ein bisschen Taucherfahrung und dann, ja. Okay. Okay, ne, dann geht's los. Okay. Alles klar, viel Spaß und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Oh Gott, ja, ja, ja. Harry, kannst du mir mal bitte auf den Hinterkopf schlagen? Warum? Was hat mich denn da geritten, dass ich jetzt gerade noch sage, ey, willst du mittauchen? Ich bin nicht dumm, oder was? Hast du das gesagt? Ja, ne, weil er ja gerade sagt, er hat nur seine dritte Stunde noch nicht und ich sage noch so, ey, dann komm doch mit. Ich bin so dumm, ich will das auch unser Abend. Schlag mich doch einmal. Na, oder lass es. Sonst fällt mir den Hut hier runter. Das stimmt ja nicht. Ich verstehe es nicht. Was denn? Ja, verstehe... Ach, egal. Nein, nee, dass ich das gesagt habe, das war bescheuert. Ich weiß nicht, was mir da gerade geritten hat. Ich wollte es nur dir deutlich machen. Also ist wichtig, dass wir zwei das heute hier machen. Und dann hat er da hier nichts verloren. So. Also hast du es jetzt nicht bewusst gesagt? Ja, nee, das war eigentlich wieder so ein... Ach, egal. Deswegen fandest du immer ein Fettnäpfchen, Mann. Ja. So. Das ist heute das Ding. Obwohl Vertrauensprobleme habe ich auch, aber ich vertraue dir nicht bei Larry tritt ein Fettnäpfchen und dann ist alles irgendwie... Da vertraue ich dir auch nicht. Hä? Ja. Also ich bin, äh, nee. Was? Ist das Matthew? Das sieht so fraulich aus. Frag ihn doch mal. Oder sie. Ich bin verwirrt. Hä? Komm. Larry, warte. Howdy. Wer ist? Matteo? Äh, Matteo, ja. Hör zu. Ähm, ist, äh, ist Next Staatsanwalt oder Rechtsanwalt? Äh, ich glaube, Rechtsanwalt. Rechtsanwalt. Äh, oder Staatsanwalt. Nee, der hat aber in der Staatsanwaltschaft hat er jetzt sowas gemacht. Aber der ist, er hat, oder ist er noch Staatsanwalt? Ähm, der hat momentan, er hat gerade erzählt, dass er stattdessen an CoSIO macht jetzt bei einer Anwaltskanzlei. Okay, äh, ja, dann ist er ja kein Staatsanwalt, aber, ähm, also zu der Evan-Thematik, äh, Ja. Ich habe wirklich, ich, ich kann es dir nur als gute Freundin sagen, ja? Ja. Ich halte dich von Evan fern, oder, also, weißt du, obwohl, das ist auch doof, dann wird er ja sowieso was riechen, äh, erzählt Evan nichts, was er gegen dich verwenden kann, okay? Ja, das mache ich nicht. Versprochen. Das ist wirklich ein schlechter Napier, weißt du? Ja, ich, ich, was ist ein schlechter Napier? Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ja, das hört sich jetzt auch ein bisschen doof an, so meine ich das sehr nicht, ne? Also, Napier halte ich für durchtrieben. Natürlich hört sich das so, ne? Meine ich das. Hm. Ähm, Napier, glaube ich, ist durchtrieben, ne? Evan ist aber gefährlich, weil er Leute gut einbühen kann. Ah, ja. Na, jedenfalls, äh, habe ich Havi davon abgeraten, ja. Es war wirklich richtig so, was du gemacht hast? Ja, vor allem, da warst du leider nicht da, aber ich habe ja noch gesagt, ich meine, er ja auf der einen Seite ist er bei der Dynasty, er ist Anwalt, ähm, äh, erstens mal, wenn dann irgendwas rauskommt oder irgendwas nur verdachtsmäßig in Richtung Korruption geht, dann ist, äh, alles vorbei. Und, außerdem haben wir noch das Problem, dass er als Anwalt ja auch einen gewissen Ruf haben sollte und wenn es dann heißt, hier, das ist der Co-CEO von Brezelladen hier, dann, äh, weiß ich nicht, ob das so ein guter Ruf ist von den Rechtsanwalt. Weißt du, ich hang doch gerade die ganze Zeit an meinem Telefon im Bödinger. Ja. Das ist ganz komisch, ich bin ganz sehr paranoid, deswegen habe ich halt gar nicht mit ihm geredet. Weil es ist so komisch, dass er ausgerechnet jetzt so ein Gespräch hat und es dann auch noch um Evan ging. Hä? Wer, mit wem hast du telefoniert? Kann ich sagen, aber ich bin sehr paranoid gerade mit, äh, Kollegen. Ah. Über... Okay. Ja. Über Evan. Okay. So, wo ist denn... Oh. Ne, das, das, keine Sorge, das ist nicht mal Theo. Ich habe vorhin nur so getan, als schreie ich da laut rum. Aber wir können trotzdem mal Hallo sagen. Aber die Gitten, ne, im Moment. Keine Ahnung, wer das ist. Lass uns hinsetzen dann, ja, kommt gleich. Was denn? Ja, geh ruhig Hallo sagen, du hast irgendwie... Nein. Du bist ja wirklich, du bist ja wirklich, als würdest du auf Lava laufen und jeder Stein, der nicht Lava ist, den versuchst du gar zu kriegen, nämlich. Ich... Weißt du, bist du... Nein, ich dachte erst, das wäre Hanako, aber, äh, ich bin mir nicht sicher. Ne, ich glaube nicht. Ja, wäre ich nicht da gewesen, wer wäre sie hingegangen, aber das ist ja auch vollkommen okay. Ja, natürlich. Ich habe keine Ahnung, ob sie jetzt hier arbeitet, ich weiß es nicht. Oh, oh. Wow. So, ähm... Ja, bleib schon sitzen. Ja. Oh. Hey, das ist schön, dich in den Arm zu haben. Dann, ähm... Einfach nur dich in den Arm zu haben. Im... 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 Also, umarmen mich. Ja, ja, das habe ich. Also... Also... Ja... Oh, das ist wirklich was mit deinen Haaren machen. Aber ich finde, die stehen mir so gut. ich fühle mich immer wie ein model wenn ich sowas aber model muss man auch was sehen aber ich sehe doch genug ich finde die haare die 16 und vorhang vorne dran also es ist jetzt nur mein meinung ich finde andere frisuren du hast schon tolle sachen mit den hagen jetzt was falsches gesagt nein ich wollte nur dass du atmen kannst langsam glaube ich dass du genug gelitten ist das hier eine späßroten lauf nein aber ich konnte mir einige spitzen dir gegenüber nicht verkneifen und dann die massage gestern von der knochenbrecherin die stripperin und die millisekunde zu spät die du reagiert hast also so langsam sind wir nicht quitt ich will nicht sagen quitt ist das falsche wort dafür das ist falsch nein ich möchte ich ich bin süß dass du gerade die ganze zeit versuch das richtige zu machen ich versuche es ja ich will das wirklich und das will ich so weitermachen nicht nur jetzt mit dem zweck entsprechend jetzt findest du auch genau die richtigen worte genau das was ich gedacht habe hast du jetzt quasi ausgelöscht kannst du meine gedanken lesen dann hätte ich nicht dann wenn andere dann wenn viele dinge vielleicht anders gelaufen ja das glaube ich auch aber dann wäre es für dich vielleicht langweilig gewesen also natürlich wie gesagt nicht alle dinge die waren schön und dann überflüssig aber auch andere dinge waren vielleicht gar nicht so schlecht dass sie so passiert sind wie sie passierten ja geht's ja es geht du kannst vorher noch mal immer die vorher noch auf toilette ja ne ich muss nicht okay ich warte doch mal jetzt man ja ist ein bisschen zu intim oder du sitzt mir sozusagen also du wärst wie ein pappagei jetzt auf der schulter die du möchtest oh gott ich habe mich von dir angesteckt ich habe keine richtige sitzposition ja ist jetzt weißt du mal wie das ist das kommt mit dem alter stimmt ach weißt du was das hemmt das fühlt sich richtig gut an sieht doch gut aus so das gefühl so irgendwie auch die massage ich meine auch der sport der tut mir einfach wieder gut ich habe mir eine ganz andere körperhaltung ja du hast ja die mensch spreading körperhaltung ja kann man bei den streifen doch haben beim letzten mal sah es aus das hättest du in die hose gemacht das war der schatten eri war das der schatten deri ja natürlich glaubst du im ernst dass ich mir mit 42 jahren noch einen scheiß oder ein pisse ach deri du bist 42 ja natürlich mit 42 fängt das doch langsam wieder an oder ja eigentlich bin ich ja dann bin ich wann wann habe ich geburtstag du hast am elfen geburtstag und wann bin ich in welchem jahr bin ich geboren warte ich muss ihn abgucken ach scheiße es stimmt so habe ich das noch nie gesehen ich hätte mir mal ganz aufschreiben müssen oder war aber jemand ganz kreativ ja das stimmt ach ihr wisst ja alles ihr wisst ja jeden furz ey das ist das ist sozusagen ein wortspiel des lebens eri schaffen wir es dieses jahr schaffen wir es dieses jahr deinen geburtstag zusammen zu feiern ohne oh ähm gut ich vergesse was ich sagen wollte aber schaffen wir es deinen geburtstag zusammen zu feiern wenn du möchtest was für ein tag ist das denn ich stehe da jedes jahr dazu zur verfügung das ist ein samstag hey ich denke das kriegen wir hin was hältst du davon wenn wir freitag einfach reinfeiern warum denn freitag reinfeiern ist doch immer cooler weißt du weil samstag ist so äh da ist es ja das sind immer so die tage ich war ja ach reinfeiern geht auch dann habe ich sogar noch ein bisschen zeit für den flug am elften möglicherweise weil dann freut sich meine mom auch wenn ich dann am samstag dann in phoenix ankommen und sie mit dem kuchen auf mich wartet ich kann grad nicht ich bin intim unterwegs bitte was ist ja ja wieso wie mir ich war da aussagen aber ja ja aber ich hab ich hab gesagt dass das schild auch relativ hell ist da und dass es gut sein kann dass du davon naja also erstmal du willst ihn ja nicht für ewig jetzt weg haben oder du willst den führerschein aber nicht auf ewig entzogen haben ach halt jetzt mach doch mal erstmal kannst du noch leitstelle machen und dann hast du den bestimmt in der woche wieder ohje endlich ist es mal passiert endlich ist es mal passiert oh aber das ist nicht wegen mir ich hab wirklich ausgesagt dass er dieses große baum amamas schild ist lami lami hat gesagt er musste auch aussagen vor ein paar tagen erst weil meine aussage ist schon voll lange her doch du darfst taxi fahren hundertprozentig 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 ach halt nicht fallen bitte ich kann nicht mit männer weinen oh erry mach mal einen lautsprecher wie hört er sich an wenn er heult nein das mach ich jetzt nicht ach halt ist elva grad bei dir in der nähe dann nimm einfach mal ganz er sagt die soll dich ganz fest im arm nehmen ich hab dich nicht arbeitslos gemacht du arsch das war ich nicht ich habe mir gegen dich ausgesagt hey howdy sorry erry telefoniert gerade noch heute ich geh mal zu meiner runde oh ja natürlich hey wie dein was denn hallo blume ja kennst du noch nicht ne ich glaube letztes Mal haben wir noch so unterhalten da war das glaube ich noch hört es sich noch so entfernt an ja ich weiß aber wow nein das schön freut mich ja natürlich dann wir warten hier ja sondern dass er dieses bahama mama schild war und es sehr sehr hell ist und es kann sein dass er davon halt geblendet wurde und lami hat vor ein paar tagen ausgesagt und jetzt passiert erst was meine aussage ist schon voll lange her und da ist nichts passiert aber ich kann dazu nichts sagen aber du weißt wie er fährt er fährt schon recht waghalsig weiter dann ja ja natürlich die also es gibt kein gesetz aber es gibt kein gesetz wo man jemanden den führerschein auch ewig wegnehmen kann fang doch mal da an nein das wie die das das haben anwälte zu regeln nicht das pd das pd führt nur aus ja ich muss den hut mal abnehmen jetzt hier das geht nicht mehr aber das ist so schwül wieder bei uns ja überlegt mal es gibt ich weiß ich weiß aber überlegt mal es gibt leute die fahren durch die stadt mit sich hier bei einer verfolgung sagt und die kriegen auch den führerschein nicht in so einem wieder so etwas was war das jetzt kira kira ok das freut mich ja das ist das hier das ist er ist neu und ist ganz neugierig und will es heute zum ersten mal ausprobieren hier die wundervolle welt ist was das zeigen und ich hoffe ja ich ach so können könnten wir gerade noch mal ganz kurz ich würde das einfach mal den ob die gern mal bezahlen für eri ok 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 ja ich weiß nicht irgendwo ein karten leser oder so ja dann sind dann bezahle ich das schon mal ich meine wann sie die stunden einlöst weiß ich nicht aber naja ok ok also das ist das lesegerät oben habt ihr das nicht jetzt mal okay dann ganz unerfällig ja gleich wieder da mach hier bitte keine angst jetzt ja immer so viel schiss gehabt zum tauchen also von dem her ich kann nur was positiv sagen naja ich habe mir gesagt dass naja der moment mit dem atemgerät das erste mal mit der ausrüstung unter wasser und dann so wirklich erst man sich der man muss sich ein bisschen überwinden um zu jetzt im körper zu sagen hey jetzt hat mir einfach mal ein und das ist natürlich noch ungewohnt auch dann doch nur durch den mund zu atmen und auf einmal merkt man so ich bin unter was und kann atmen wie geil ist das denn das kriegen schon mal nachtaufgang ist normal nicht beim obd gedacht doch in der vierten stunde dachte ich oder oder war das schon da war das wirklich schon beim obd aber wir prüfen sie erst einmal wie sie zurechtkommt so auf zehn meter und dann schauen ob man die verdienen nicht dann entscheiden muss ganz einfach wenn sie zu viel angst hat macht es keinen sinn weißt du ja und nacht ist nicht gut naja gut ich sage jetzt nicht beleuchtet das licht ist gut eigentlich so wie was bekommst du denn die frage knapp 550 waren es okay ich hatte ja schon alles auf einmal bezahlen vorher aber weiße sind wir nicht auswendig kein wurde genau 550 ok und wie stehen die karten ich hoffe doch langsam wieder besser wir haben ja doch wir haben einen schönen tag gehabt wir waren gestern auf heute waren wir noch werden ein komplettes programm von walter weiß bekommen naja ich war über zwei jahre im pd aber es war nicht mein ding es war ein geschenk für irgendwie eigentlich und sie ist im pd die zwei naja kennen sich auch schon ein bisschen ok ja jedenfalls hat er so ein event für uns da naja für sie organisiert mich dann mitgenommen dahin und haben wir den abend im erinner bay für dort schauen wenn die genossen cool war sehr sehr schön ja ich gebe dir mal 600 und es ist gut dass wir noch mal hier sind dann kann ich gerade noch mal versagt ich habe noch lauter klamotten dabei ich war noch einkaufen scheiße wo soll ich das jetzt hinpacken ich habe keinen platz mehr wo ich das alles hinpacken soll naja du hast doch noch ein spinnt unten ja ja dann packe ich das da dabei rein genug zu essen zum trinken aber ein also trinken ja essen ich habe noch gut gegessen vorher ich hoffe das reicht wir haben kühlschrank ja voll okay ich will abends nicht mehr so viel essen naja aber weißt du und tauchen ist das wichtig verbrennt relativ viel energie durch den kälte wärmeunterschied ja ja das ist richtig aber das noch mal gut dass du fragst hast du eigentlich die sandburg hier gebaut denke ich mir jedes mal da war das so du kannst dir mal schnell ich mache die spinnt euch auf okay dann kannst du dir das ja mal zeigen wie das geht und ich schließe mich dann erklären okay jetzt guck mal hier 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 am spinnt so du hast da oben ganz oben hast du schon mal sowieso im oberen regalen findest du die ganze für die damen die ganze ausstattung was auf was du anziehen musst ja du nimmst du nimmst die taucher hose das und das oberteil dass dieses türkis orange oberteil das siehst du auch ich kann mich dann gar nicht sehen du kannst aber die sachen da reinlegen das glaubt keiner dann warst du dich nehmen du siehst eine hose an und sie ist einmal dieses erste ding in dem ersten ja das ist kein problem viel spaß euch danke audi freust dich so sehr meine kette denke ich auch rein einfach einlegen und meine ohrringe auch ne würde ich machen ja ja ich bin kommt nichts weg lehre den hut das auch nicht im tauchen aufhaben das ist so ein gewohnheitssing danke das ist ja das mache ich schon ja muss noch mal ein bisschen was immer noch ein bisschen nach scheiße ich habe ja noch nehmt euch ein gelbes armband gelbe ist okay ich bin heute total aufnahme bereit naja das klappt schon so und dann was haben wir denn hier ja okay ich habe jetzt noch hier diese flasche mitgenommen das atemgerät und die flossen ja die nimmst du die nimmst du somit genau okay das ist total schlimm ich habe das besser das ist so eine der hatte wird der werk geflattert im strom naja solange das ja ja okay ich bin ready ich habe so und dann muss man auch mal eine vielleicht nämlich noch mal einen drink und trinken zum essen kannst du noch mal kurz aufmachen ich habe was in der hand ich hatte es noch ein rein okay ruhig noch ein bisschen okay wir machen jetzt theorie und kurz vor einem reintauchen noch mal was essen okay ich bin fertig alles klar okay dann ziehe ich mich schon und dann schauen wir mal okay und gleich wieder bei euch ach so zieht er sich nicht hier um ich wollte mich gerade umdrehen der mich sieht so fett aus guck mal wie fett ich vorne aussehe das ist aber wichtig weißt du woher das kommt guck den fetten Arsch an derry weißt du woher das kommt das sind da sind noch taschen extra da mit der weste zusammen weil da werden dann nachher noch gewichte bleigewichte reingelegt die werden noch abgestimmt auf dich ja deswegen deswegen hast du das da deswegen sieht das so fett aus aber du siehst gar nicht fett aus aber was sehe ich nicht schau doch mal im licht und mein bauch ich habe nicht so eine wampe hey ich mag die das schaut nicht sehr aus als hätte ich eine voll geschossene windel an strampelanzug gibt es auch schöne taucheranzüge ähm ja bestimmt ja also er hat einen anderen warum freust du dich so nämlich weil ich nicht frei unter Wasser das ist total schön übrigens nur damit du nicht also die taucherflasche und das ganze andere zeug das legen wir dann an wenn wir im wasser sind ja oh okay das kriegst du schon hin die flossen im wasser ist das nicht sehr unkomfortabel ey du kannst sie du hast dich doch immer so gewunden und gewunden das kriegst du locker hin wie ein fisch ja ist übrigens alles bezahlt du kannst den obd dann fertig machen ja also das ist heute erste stunde vier hättest vier hättest du und die kannst du dir dann terminieren oder wir terminieren sie gemeinsam so dann setzen wir uns mal schön hin okay ich ziehe doch da hast recht das ist vielleicht eine gute idee solange wir noch nicht ins wasser gehen naja es ist noch recht warm ja das stimmt ja dann einmal hinflacken auf die schönen bänke ja okay oder machen wir es im Sand mir ist es auch egal Sand ist immer gut okay ja mir ist es egal dann komm mit dann gehen wir ins Meer viel schöner ich hoffe einfach ahnungslos hinterher ja und weiß nicht äh nachdem wir gestern äh nachdem ich gestern von zwei explodierenden Jetskis weggeschwommen bin was heute jetzt mal passiert ja achso das ist übrigens schon mal da vorne stehen auch welche ja ne ich nehme abstand davon sie das sind wie war das das hat eins feuer gefangen und dann sollte noch gerade noch so weggeschwommen und dann sind die explodiert äh wo das war ja ähm äh Bayview Lodge okay ja war wild ja so jetzt habe ich es ich bin ein bisschen doof hier mit dem mit dem Sand gerade warte ich komme ein bisschen näher zu euch ja passt doch haut doch hin alles gut ja jetzt habe ich es so dann muss ich nicht so schreien ich habe schon genug geredet hm so du tauchst jetzt das erste mal äh ja schon mal vorher ein bisschen ab Neue also so am Strand bisschen runtergetaucht oder ja das schon ja okay das ist nicht viel anders der einzige was wir anderes haben ist im Prinzip dass wir jetzt aus einer Pressluftflasche atmen das heißt du hast ähm mehr Luft als wenn du jetzt bloß Luft erhalten würdest und unter Wasser gehst das ist der einzige Unterschied und du siehst klarer weil du eine Maske auf hast ja okay frieren du es auch nicht weil du einen Tauchanzugang hast und untergeben kannst wie man sehr fett aussieht ja ja das sieht jeder ich kann nichts dafür ja egal was du einkaufst die auf der Insel die tragen alle ein bisschen um die Hüfte auf also von dem her bei die Mädels bisschen mehr als bei die Jungs also ja das ist ihm nämlich gerade auch aufgefallen was ist das denn das ist ja ein Hohn da muss man sich dran gewöhnen das wäre so geil wenn wir mal irgendwie auf einmal so ein Hai entdecken würden das wäre auch so geil die Frauen ja immer leichter frieren und somit ist der Anzug ein bisschen dicker ganz einfach aus dem Grund ist der ein bisschen oder trägt ein bisschen mehr auf also er schmeichelt die Haut wie man so schön sagt wir haben auch ein Jacket an da ist im Prinzip das Blei mit drin was wir brauchen um untergehen zu können weil nur wenn wir nur den Neoprenanzug an hätten würden wir fast nicht unter Wasser kommen also brauchen wir einen Ersatzstoff der uns unter Wasser ein bisschen zieht das ist das Blei oh krass es ist integriert ja am Jacket die Anfänger-Jackets was ihr jetzt anhabt also aus der Lehre die hat jetzt fortgeschritten ich weiß nicht wieviel Kilo hast du denn noch zum Schluss gehabt sieben, sechs ich war sogar schon bei viereinhalb oh das glaube ich denn nicht nein ok es waren fünfeinhalb das wäre schon gut also ich bin bei vier also von dem her aber ok das kann ja sein ein fünfeinhalb sind es ok normal sind wir acht Kilo dabei dann ist bei dir acht Kilo drin Athea schlaf gut ich habe immer noch so eineinhalb Kilo am Mann wenn es jetzt wenig sein sollte dann kann man da noch ein bisschen was draufpacken dann gehst du hundertprozentig soweit unter dass du das kontrolliert steuern kannst steuern das ist das nächste Wort du hast am Jacket auf der linken Seite hast du einen sogenannten Inflator dadurch ist so ein langer Schlauch der geht von der Flasche aus weg und da kannst du im Prinzip den Auftrieb und den Abtrieb steuern das heißt du pumpst entweder Luft rein in das Jacket oder du lässt raus die Luft aus dem Jacket somit erzeugst du positiven oder negativen Auftrieb und dieser Abtrieb ganz einfach wir zeigen es dann kein Hexenwert du hast auch die Möglichkeit da ist auch ein Mundstück dran musst du mal gucken auf der linken Seite wenn du das Jacket an hast dann hast du so ein Mundstück und da kannst du wenn zum Beispiel kein Luft mehr in der Flasche wärst und du wärst schon oben auf der Oberfläche könntest das Jacket noch richtig aufpumpen und so dass es wie eine Schwimmweste wirkt okay gut zu wissen genau du kannst da nicht mehr untergehen ganz einfach weil das Ding hat so viel Volumen an Luft dabei da gehst du garantiert nicht mehr unter da bist du eine lebende Boje ähm ja das bin ich auch das wäre ich auch wenn ich ins Bohnen gegessen hätte da wäre ich auch wie so eine Boje einfach oben Entschuldigung Entschuldigung kommt drauf an wohin dein Hintern gerichtet ist sonst hast du auch ordentlich Abtrieb Larry Entschuldigung das ist ein sogenannter Strahlantrieb oder ein Düsenjäger unter Wasser einfach so ein Pottweil so jetzt ist es aber mal gut hier du hast angefangen damit ja ja genau ähm das waren im Prinzip die Ausrüstungsgegenstände wir haben am Jacket aber auch noch ein Messer falls wir uns irgendwo mal verhedern können wir das Messer hernehmen und es freischneiden ähm ja und eine Lampe die ist im Automatikbetrieb die brauchst du als Anfänger sag ich jetzt mal nicht bedienen die schaltet sich automatisch ein wenn es zu dunkel wird aber ich finde mit der Frisur und dann auch so diese diese Locke so diese Haare nicht also nicht optimal frisiert aber halt einfach so hinter und so locker vorhängt du hast so eine typische das ist für mich so eine typische ist ein ganz normaler Beachboy Frisur egal ob es ein Surfer ist ist das Segner und auch leer ist scheißegal die Frisur passt einfach für dich ein Paddels die bis 10 geht relativ zügig du kannst meine Ohren platzen oder mein Gehirn oder sowas wenn man zu tief untertaucht das hätte ich dir jetzt gleich am Anfang noch beziehungsweise was folgt doch gesagt sind noch ein paar Sachen da geht es immer aber ähm ich kann das gerne beantworten gleich kein Problem weil du musst natürlich wenn du du kennst ja wahrscheinlich das Symptom wenn du jetzt einen Flieger reinsteigst dann hast du Druck auf die Ohren genau da hatte ich meine Nase zu und puste einmal quasi die Ohren durch korrekt und nichts anderes ist unter Wasser das heißt wenn du damit klarkommst musst du eine Maske die Nase zu halten das ist so ein Silikonteil vorne das hebst du einfach zu pustest rein fertig und dann ist der Druck ausgeglichen in deinem Innenohr dann gibt es keine Probleme auch damit du musst es die ersten 10 Meter relativ häufig machen bevor du ein Schimpf warte mal ganz kurz mhm Silber und geht auch bis jetzt oder? ja 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 das ist alles cool das ist alles cool älter bisschen auch da kriegst du aber den verkehrten ich bin für das Outdoor sage ich jetzt aber nicht für das Entertainment ne ist aber kein Problem ich kann das weitergeben sag mir mal schnell deinen Namen merkt ihr schon mal das? hat mein Finger da durchstehen oder was? merkt ihr das? ja achso merkt ihr schon mal das? ich bin noch nicht so weit Larry merkt ihr das? ich hab dir nein merkt ihr das? er ist schwein und das? ich schlafe jetzt nicht mit dir nein merkt ihr einfach die sie ne merkt ihr die vier zeichen ja okay alles klar ich frag mal Larry ist okay jetzt ich sag auf Scheid wenn ich noch jemanden erreicht gell? ja ist okay ja ist okay alles gut kein Problem ich versuch schon mal zu sagen naja kommen wir noch so ähm ich denke wir waren mal bei Flossen, Messer ja Druckausgleich so Druckausgleich so wie du gesagt hast die ersten zehn Meter recht häufig genau die ersten zehn Meter recht häufig ähm wenn das zu schwer gehen sollte sag ich jetzt mal dann machst du so ein Kauen also wenn man ein Kaugubi kaut dann kannst du auch nochmal einen Druckausgleich machen mit der Nase klappt es nicht richtig heute ähm und so weiter die nächste Frage wäre habt ihr oder bist du erkältet? Larry du bist wahrscheinlich auch nicht erkältet ne mir gehts gut vollkommen ihr habt kein Alkohol durchgenommen nein kein Drogen nein ähm der Druckausgleich ist halt wichtig um die eutachsche Röhre freizukriegen das heißt das Innenohr zu stabilisieren weil wenn wir runter tauchen kommt ein Druck drauf und piegt das Innenohr nach innen ähm wir müssen der Sache entgegenwirken das heißt wir müssen Druck drauf geben dann passiert das wieder das macht's plopp das hast du selber schon gehört und gesagt und dann ist die Sache wieder erledigt die ersten 10 Meter ähm folgiger machen ähm anschließend was weiß ich alle 2 bis 3 Meter aber du merkst ja selber wenn du ein bisschen Druck auf dem Ohr ist mach den Druckausgleich fertig äh wenn wir unten sind ähm was weiß ich auf 20 Meter oder 18 Meter brauchst du keinen Druckausgleich mehr machen oh ok sonst ist das alles fein ähm dadurch dass wir die Maske auch haben ähm dann lösen dann auch du hast relativ lange Haare müssen wir halt als Buddy Team das ist dann das nächste muss der Lehre ist beiseite zum Buddy Team ähm darauf achten dass keine Haare zwischen die Maske und äh der Haut kommen ähm weil das Problem ist ganz einfach wenn die ich weiß nicht ob das Kapillarwirkung was sagt das heißt wenn ein so ein kleines Haar alleine drin ist in der Maske zwischen Maske und Haut ähm dann kommt gleich Wasser rein und nutzt die Maske da muss halt Oh Gott ja ja verstehe ich ja genau da muss halt sorgsam einfach nochmal anschauen ob keine Haare drin sind und dann ähm ist gut ja das ist das nächste Buddy da ist im Prinzip wir haben ein Buddy immer an unsere Seite wir tauchen nie alleine allein schon aus dem Grund wenn wir irgendein Problem haben unter Wasser kann der Buddy eingreifen und helfen mir ja ähm das ist das Wichtigste eigentlich das ist wie eine Art Lebensversicherung bei uns ähm es gibt natürlich Soloscheine gibt es genauso aber die muss man sich ähm teuer erwerben und da kann man ja nicht mit mehr mit Material was man hier auf der Insel erwerben können tauchen deswegen oh ok genau deswegen tauchen wir hier fast nur Solo ich hab mein Zeug von Italien mitgenommen ich kann das ähm und ähm da ist das alles fein ich hab auch die Befähigung dazu aber natürlich ist immer ein Restrisiko wenn man alleine taucht weil alle Fehler kann man nicht ausschließen ich bin zwar komplett renegant das heißt ich hab immer ein Zweikreis System wenn irgendwas ausfällt kann ich immer auf was zurückgreifen was das natürlich auch für dich bedeutet du hast für diesen Buddy hast du auf der rechten Seite vom Checker hast du einen sogenannten Oktopus ein bitte was? ein Oktopus oh ok ok ja ich sag immer Oktopus heißt ja normal ich sag immer Pussy dazu ja gut ich kann mich auch ein bisschen merken ja genau ähm das ist im Prinzip ein zweiter Art im Regler mit einem längeren Schlauch der Schlauch ist gelb ähm der wird der Verhör genommen zum Beispiel wenn du die Luft mehr durch den ersten Atemregel kriegen sollte weil der irgendein technischer Defekt oder irgendwas ist nimmst du den zweiten greifst runter giebst ihn raus aus dem Jacket in den Mund rein und gib weiter ähm dieser muss beim Buddy Check auch dann geprüft werden aber das machen wir dann alles ähm ähm der Schlauch ist gelb und länger das heißt wenn dein Buddy Probleme bekommen sollte mit diesem ganzen dann kannst du ihm den Schlauch rüber reichen samt Atemregelung der kann aus deiner Flasche ausatmen hat den extremen Vorteil ähm er braucht nicht hoch braucht keinen kontrollierten Notaufstieg machen sondern wir können es ganz normal euren normalen kontrollierten Notaufstieg rauf auf die Wasseroberfläche machen und dann ist die Sache auch erledigt gibt es keine Panik klingt anders ja verstanden jetzt ist schon mal eine kleine Sicherheit ja das ist eine große Sicherheit sogar von dem her das ist alles einmal frei ähm genauso gleich sage ich jetzt mal das hat jedes Checket von uns also es gibt keine Unterschiede jeder hat das gleiche Equipte an Bord ähm wenn du auch noch schaust du hast in der rechten Seite da hast du noch so eine Tasche drin am Checket ähm da ist eine Thriller Pfeife Thriller Pfeife wenn du ähm sag ich mal an der Oberfläche bist und du siehst keinen kein Buddy mehr weil sie euch verloren hat einfach die Thriller Pfeife nehmen und mal pfeifen und schauen ob das jemand zurückgreift zum Beispiel mhm genau so das wäre im Prinzip deine Ausrüstung was du hast ähm das wichtigste kommt noch du hast auf der linken Seite ein sogenanntes Finimeter ein Finimeter ein Finimeter ein Fini genau wie die Finne wie Delfin Finne Schwertweil Finne oder Surfbrett Finne das ist ein Finimeter so wird das genannt warum frag mich nicht ähm das ist eine sogenannte Druckanzeige wie viel Druck wir auf unserer Flasche drauf haben wir tauchen normal mit 200 Bar Flaschen die sind geeicht bis 300 also knapp also die haben eine Toleranz Grenze ähm befüllen soll man es aber normal in der Regel bloß auf 200 Bar wir haben da ein besonderes Material noch drin und wir können es zwischen 200 und 240 auffüllen langsam aber wir können es auffüllen das heißt bei unseren Flaschen müsste irgendwo zwischen 220 und 240 Bar Luft drin sein ähm die Luft ich weiß nicht wisst ihr das wie sich die Luft zusammensetzt? aus welchen Bestandteilen? Stickstoff Sauerstoff genau zu welchem Anteil? na Sauerstoff müsste ein bisschen mehr sein als Stickstoff meine ich Sauerstoff sind 21 Prozent Stickstoff sind 78 Prozent der restliche Prozent sind Edelgase ach doch stimmt ja bei der Stickstoff genau so viel Stickstoff mit drin den wir aufnehmen der ja wieder weg muss genau das Problem genau so ist es macht Sinn gell? ja ja macht Sinn und genau um das geht es das heißt ähm diese Luft und diesen Stickstoff atmen wir ein ähm und dieser eingeatmete Stickstoff muss mit der Zeit wieder abgebaut werden deswegen als Grundlehrgang was wir jetzt beim OBD machen ähm du kannst relativ schnell abtauchen mit uns aber du musst langsam auftauchen ähm dass der Stickstoff wieder aus dem Körper rausfallen kann äh aus dem Blut der sammelt sich Blut und äh durch das langsam auftauchen geht er ins Gewebe und vom Gewebe wird dann im Prinzip auf die Lunge übergegangen und dann kann er abgarten werden ganz einfach ähm dann ist das so das ist einfach so ja funktioniert schon ewig lang also von dem her hm kannst du nichts verkehrt machen ich auch nicht ähm wenn man langsam auftaucht ja genau jetzt machen wir dann auch noch sage ich jetzt mal aber wir haben ja weiterführende Kurse was jetzt halt beim ersten Kurs immer sehr wichtig ist äh niemals das Atmen aufhören das ist unsere Grundsatzregel das heißt wir versuchen immer entweder wenn wir irgendeine Situation haben eine Stresssituation nie den Atemregel aus dem Mund nehmen und äh rauf mit der ganzen Geschichte sondern ist immer einer da der hilft dir das ist kein Problem Gute Nacht Hexini schlaf gut alle die ins Bett gehen ich wünsche euch eine gute Nacht alle die ins Bett gehen ähm wenn das sein sollte sage ich jetzt mal immer weiterhaken wenn du jetzt Stresssituation hast wir haben genügend Tauchzeichen um die Stresssituation darzustellen dass der eine weiß okay jetzt ist was nicht in Ordnung unter was äh äh ich finde das schön dass jetzt endlich mal geht äh das habe ich gerade schon ein bisschen versucht äh okay pass auf das alles das das Zeichen für okay ja das alles in Ordnung ist das wird bei mir das ist bei mir wird schwierig weil ich zeig ja sonst immer das ja aber das heißt ja was anderes ähm das alles gut ist heißt das hier O für okay korrekt ähm 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 das ist das das ist das O für okay und was noch das ist O für okay ja ja dann aber was heißt das Zeichen noch okay ja einmal okay das ist alles okay einmal das so genau ja einmal als es ist einmal als äh einmal das Antwort hey ist es alles okay also alles und es ist aber gleichzeitig auch wenn ein anderer das so zu einem macht dann kann es auch die Frage sein hey ist alles okay bei dir ja ja also das kann als Frage und Antwort dann gesehen werden genau das heißt wenn einer zum Beispiel einen Daumen nach oben macht mach mal Lehrin der hier genau das heißt wir tauchen entweder zum Boot zurück oder zu dem Platz genau richtig dem Platz wo wir ins Wasser gestiegen sind oder ähm euer Tauchlehrer sagt euch unter Wasser beziehungsweise zeigt euch dann an die Wasseroberfläche sofort also einfach nach nach oben dann nein nicht einfach nach oben sondern kontrolliert kontrolliert heißt maximal 10 Meter pro Minute es darf nicht unterschritten werden ja ja nein ich meine ich meine ich meine jetzt nicht mehr einfach nach oben stehen nach oben ich ähm einfach nur ich will mir einfach nur die Zeichen merken ja genau ja miss gabimor haudi schön dass du da bist schön dass du ja gefunden hast ich habe jetzt keinen Hut mehr auf ist so warmes Vollspiel Boot oder Strand oder etc schön dass du da bist hallo oder im Prinzip zur Wasseroberfläche weil was geklärt werden muss oder weil halt irgendwelche Probleme auftauchen dafür ist das Signal dann haben wir noch ein Signal oder beziehungsweise ein Zeichen wenn und wir Luftprobleme unter Wasser bekommen genau schau auf den Leri das ist das sogenannte Hochsignal hoch mir stimmt irgendwas mit der Luft das Hochsignal genau ah ich kann einfach merken alles was mit der Luft zu tun hat alles kannst du dieses Zeichen machen und dann wirst du gecheckt werden zuerst wird natürlich unter Wasser gecheckt dann stecke ich dir mein Oktopussy im Bund du steckst mit also ja doch verlange nicht äh nein äh nein äh späte Abendstunde schon was wie alt bist du Isi was bitte wie alt äh ich das fragt meine Lady nicht doch doch ich schon äh äh doch doch ich schon okay passt dann kannst du sowas sagen Leere späte Abendstunde geht ah wow dankeschön das ist aber nett dass sie Erlaubnis haben wir wissen auch gegenseitig wie wir nackt aussehen also das heißt eigentlich nicht ähm okay hey ho stranger ähm ähm also jetzt wirds langsam genau was heißt es äh Hilfe Hilfe SOS ich sterbe genau richtig genau so unterrichter das heißt du hast irgendein Problem über Wasser oder unter Wasser irgendein undefiniert kannst du alles hernehmen ich habe einen Krampf und so ein Wasser ja richtig ich habe einen Krampf im Badel ich habe äh Probleme was sag ich jetzt nochmal irgendwo stimmt irgendwas nicht schau nach äh und so weiter an Wasseroberfläche bedeutet das ähm such mich oder ich habe Probleme das ist im Prinzip internationales Zeichen wenn jetzt jemand sieht äh von einem Brot aus oder von was weiß ich aus ähm ähm dann wird er zu dir eilen und sagen was ist los muss er dir helfen kann er dir helfen alle genau so sind im Prinzip die Tauchzeichen die vier musst du unbedingt merken das ist das wichtigste ähm wir haben im Prinzip ähm einen gewissen Ablauf beim Tauchen das ist aber ja vorhin schon mal kurz erwähnt das heißt wenn wir ins Wasser gehen wird zuerst der Bodycheck gemacht dann wird ein sogenanntes kleines Briefing gemacht wohin wir tauchen wie lange wir da bleiben äh wo unser Treffpunkt unter Wasser ist et cetera machen wir dann nachher wenn wir dann im Wasser sind sonst einfacher zu erklären ähm da geht es auch darum ähm wenn wir die Gruppe verlieren das heißt wenn wir tauchen zu vier oder zu fünft und du bist fasziniert von irgendeinem über was weiß ich Seestern von irgendeiner Pflanze et cetera ähm und du knetest deinen deinen Blick immer drauf und sagst boah ist die schön vergisst aber außenrum alles hm und auf einmal sind sie alle weg weil sie dich nicht gesucht haben weil sie gemeint haben die sind hinter dir oder du bist hinter ihnen und damit sind sie weg ja dann heißt es aber erstmal keine Panik kriegen das ist alles kontrolliert du tauchst dahin wo vorher vereinbart worden ist vielleicht warten es da ja alle weil sie dich auch nicht mehr gefunden haben das heißt das wichtigste bei so einem Briefing ist den Platz besprechen wo wenn einer sich verloren hat dich trifft ganz einfach immer der Treffpunkt ok verstanden ähm wenn das ist sag jetzt mal und da ist keiner von den Kollegen da dann wartest du ein bisschen behalte es natürlich immer deinen Druck auf der Flasche im Auge du solltest im Prinzip bei 100 bar anfangen langsam an die Oberfläche zu gehen also wenn du unter 100 bar bist solltest du gar nicht warten sondern gleich hoch gehen aber kontrolliert 10 Meter pro Minute max wenn du ein bisschen mehr drauf hast kannst du ruhig 1-2 Minuten warten und komm da einer um die Ecke ok vielleicht haben sie selber gesucht aber du musst deinen Luftvorrat halt immer im Auge behalten wenn keiner kommen sollte dann machst du das einfach dann hast du ein kurzes Messer wo ich dir gesagt habe da kannst du mal ähm an die Flaschen kloppen das ist ein metallisches Geräusch hört man ewig weit unter Wasser ähm dann könntest du das ist ein cooler Tipp ja genau du nimmst einfach den Griff oder die Klinge es ist ja beides Metall und weil es ja Seewasser beständig sein muss ähm es hat zwar eine Gummiumhüllung dran der Griff aber es scheppert genauso also es ist überhaupt kein Problem und dann machst du da einfach ein paar Klopfzeichen und hast du die Klopfzeichen machst und nach einer Minute kommt keiner dann sagt ok jetzt haben sie wirklich verloren ähm ich tauche ganz kontrolliert zu dem Platz zurück wo ich äh eingestiegen bin ins Wasser wenn du keine Orientierung mehr hast unter Wasser keine Panik bekommen sondern du gehst kontrolliert an die Oberfläche mit 10 Meter pro Minute wenn du oben bist hast du ja deine Lampe dann kannst du kreisende Bewegungen machen da kannst du auf dich aufmerksam machen du hast ja eine Drillerpeife du kannst drillern und du kannst winken wenn es wie heute schöner im Mund ist Herr Johan genau und wenn es mal unübersichtlich wird ähm ähm gerade so dass ähm gerade wenn man mal durcheinander kommt die Orientierung vielleicht verliert wo ist oben und unten naja hey dann achte einfach mal auf deine Bläschen wohin die gehen die steigen immer nach oben das hilft dir nur jetzt zu sein habe ich mich gar nicht getraut das zu fragen aber ähm ne es stimmt aber nicht ganz genau das ist das Problem nein naja Strömung ja genau richtig wenn du eine Strömung drunten hast dann hast du keinen keinen ganz normalen Horst zu fallen Aufstieg von den Blasen sondern die werden verblasen ja gut das ist einen relativ weiten Weg um aufzutauchen deswegen ähm gibt es im Prinzip ähm nur eines und da gehst du immer nach oben da jetzt egal was du machst ein bisschen Luft rein und die ist äh check it ja dann geht es nach oben ganz einfach aber du musst halt schauen nicht zu schnell 10 Meter pro Minute ähm ähm die ähm Bläschen kannst du am Tageslicht kannst du mal schauen wenn wir am Tageslicht dann mal tauchen wir können haben wir ein zwei Spots wo ein bisschen Strömung immer ist da siehst du die Blasen gehen nach hinten weg ach stimmt du hast recht ja ja genau wir haben die Strömung die von vorne kommt müssen wir ein bisschen uns anstrengen beim beim tauchen aber das ist kein Problem das ist alles noch kontrolliert ich finde der macht das noch einiges ausführlicher wie Hanako und ich glaube also so wie der das rüber bringt habe ich meistens den also man könnte den Eindruck bekommen dass der wirklich taucht siehst du das an der Wasseroberfläche egal wenn sie 40 Meter zum Beispiel das würde mich nicht wundern dann siehst du trotzdem oben noch die Wasseroberfläche oder du hast den Mond der steht nicht ganz senkrecht sondern der ist halt irgendwo links rechts vorne unten ähm aber du nimmst den Wimschi wer geht ins Bett oh Mensch oh ok alles klar Mensch ich wünsch dir eine gute Nacht Wimschi schlaf gut Audi gute Nacht Danke Blue Fenris schön dass du da warst ich wünsch dir auch noch eine gute Nacht bis die Tage sehr gerne wenn du magst sich einfach aufmerksam machen und wenn das alles nicht hilft wenn keiner kommt und sagt alle wollen sich alleine lassen dann bitte das nächste Ufer anschwimmen Pssst ok was war das? Entschuldigung ich hab mal ein bisschen an der ich hab mal ein bisschen an der ich hab mal ein bisschen an der ich hab an der Flasche Entschuldigung ich hab da mal an der Flasche gerade rum geschraubt Entschuldigung PBL das beinhaltet alles das was wir jetzt gerade eben auch gesagt haben Taucher steht für Tarierung dass alle Schnallen fest sind die Bauchschnalle die Brustschnalle das alles einfach fest am Körper hängt die Schnallen sind am Jacket befestigt und die macht du zu wie ein Rucksack kennst du ja auch wahrscheinlich vom Wanderrucksack die macht du vorne oben zu dass er nicht unten zu und dann ist die Sache erledigt und genau so machst du das die Ablassventile habe ich jetzt noch nicht erwähnt aber die werden wir hoffentlich nicht brauchen aber die sind auf der rechten Seite sind zwei kleine Schnürchen da ist ein Kügelchen dran und die haben einfach die Funktion wenn irgendwas nicht funktionieren sollte die Luft nicht mehr raus geht aus dem Jacket dann kann ich da an einem von den beiden Kügelchen ziehen je nachdem was ich für eine Wasserlage habe und kann die Luft schnell raus lassen das sind hochblockigen Korken aber ist hier nun vorgekommen weil wir relativ gute Wartung haben von der ganzen Sache Ok so genau also das war das T für Tarierung dann haben wir das B also das Bravo wie Blei ist das Blei komplett alles da sind die Kletterschlüsse in Ordnung dass das Blei in der Tasche auch drin bleibt wenn ich mal kopfüber stehe zum Beispiel und der Hurt der hat auf der Seite so eine Schnalle die kann man aufmachen kann man einfach abwerfen einfach den Sitzbruch dann haben wir das S wie Sierra oder Sauber oder Sicherheit wir nennen es Sicherheit das heißt wenn wir den Jack machen ist die Flasche offen die Flasche wird hier nach links aufgedreht das kannst du gleich merken also die Flasche immer von rechts nach links aufdrehen und bis zum Anschlag nicht halb nicht drei Viertel sondern bis es nicht mehr weiter geht das ist so wie mit der Flasche beim Gasgrill ja genau richtig ja das stimmt genau das gleiche plus da drehst du meistens ja recht ja dann dreht man auch links ah ja du hast recht nur die ja der Schlauch wird so angebracht ja genau richtig der hat ja verkehrte Gewinnung darauf dass man halt im Prinzip die gegenseitigen Urteil zu macht richtig so dann haben wir das S für Sicherheit nochmal wo wir gesagt haben Flasche offen und das Finimeter zeigt den richtigen Wert an also zwischen 220 und 240 bar sollte er anzeigen wenn der unter 220 hat geht es noch bis 200 das ist Toleranz alles was unter 200 ist wird die Flasche getauscht ah ok wenn es du dann beim Bodycheck zwei drei Atemzüge nimmst ähm sollte der Zeiger vom Finimeter also das ist ein ganz normales analoges Messinstrument kein digitales es sollte nicht zum Schwanken anfangen das heißt der Regler sollte auf einer Stelle stehen bleiben wichtig einfach drauf schauen wenn die zwei Atemzüge nehmen bleibt stehen ist alles schön fein ja und dann haben wir noch das L für Luft kann ich aus dem Atemregler gescheit atmen und hat mein Oktopus die Funktion die was er haben muss wir können den Oktopus einfacher prüfen als den Atemregler da auf dem Oktopus ist auf der Oberseite so ein Taster so ein großer Breiter den drauf drücken dann strömt Lust drauf äh nicht Lust Luft ha ha ja das kenne ich ha ha ja ja den Schalter möchte ich gar nicht wissen wo der ist ha 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 ich noch nicht da strömt lust raus ja ja so ist sie bei der richtige namen was ariane moment war er mit anderen frau hier ist das so ich gucke ich gucke ihn gerade in die augen hat mich gerade schon fast gefreut dass wir gleich unter wasser sind vielleicht stimmt ja doch lust raus und ja egal es ist spät ja genau was soll ich sagen mit einem coolen spot ablenken ja genau richtig und die energie rausbringen dass der ganze sache jetzt gerade eben ja wer kommt und da wer kommt wo ist das nicht ding oder was wäre wo ja ich ihn wir stören einfach das war der plan ja ich kann nicht will auch nicht mit warum ja weil ihr doch unterwegs seid oder nicht ja du kannst du zumindest baden gehen ja auch später vielleicht ist gut schön angenehm das wasser war heute schon drin du weißt ja wahrscheinlich es ist sorry ich wollte jetzt verbrechen wir sind theoretisch also mit der theorie sind wir fertig praktischer teil folgt ja dann stellen wir euch ja dabei dass sie ins wasser könnt das ja auch irgendwie blöd viel spaß wir gehen doch ins wasser das ist trotzdem sehr nett euch einen schönen abend dann noch ja dann ganz viel spaß beim teil von ihm ja vielen schön lady sie haben eine echt schöne frisur dankeschön haben sie auch eine schöne haarfarbe dankeschön ich bin sehr wach gerade übrigens du hast auch für dich eine coole frisur ja dann habe ich ja den kann ich leider nicht zum tauchen anziehen das ist schade wurde noch nicht erfunden aber das ist aus bieberfell oder nicht die unterhaut eines bieberfells wird da eingearbeitet aber er weiß ja mittlerweile was einen echten stetschen ausmacht das kann er ihm bestimmt erklären ja gut dann viel spaß euch ja dankeschön euch auch viel spaß ciao alles klar viel spaß euch danke also gehen wir mal ins wasser so jetzt geht's los warte ich muss dich jetzt anziehen ne ja erstmal ins wasser was ist denn heute los macht doch einfach den macht doch einfach den tauchmodus rein das macht wirklich spaß du wirst es sehen du wirst richtig spaß haben pass auf so die schlappen die schlappen ich hätte jetzt mal trocken übungen gemacht mit ihr ok ja dann jetzt weiß ich wo ich die lütze hier erkenne die lütze hat mich gerade vorhin angerufen ah ein zufall jetzt weiß es wieder so einmal ganz kurz noch und dann machen wir die scheiße was meinst du mit weiß ich wieder jetzt komme ich nicht mit was ja ich habe gesagt jetzt mal einen anruf noch der meinte scheiß teil aus ach so ok ja dann macht den tauchmodus ein ja sag ich doch so 94 14 das ist ihre wahl das ist gut aus mit die flossen wie läuft sich schwammig ja über wasser sind sie auch nicht geeignet also von dem her ja fast so wie meine höchsten mit meine höchsten schuhe nur anders wo haben wir es denn jetzt gute fixer der lühe tschuldigung bitte was was ist das das kann er wirklich porta bär grüßt dich wunderschönen guten Abend ja das kann er wirklich äh ein fluch also ein ein wie das ein schimpfen ok du kennst larry noch nicht so was zeigt denn dein finimeter an das kann sie noch nichts anzeigen weil die flasche noch nicht drauf ist ja dabei schon aber das nutzer nichts wenn es ventil geschlossen ist kann sie nicht anzeigen ja ja ich wollte ja nicht stören ich wollte ja doch ja ok ich möchte mich jetzt nicht ein das ist ja super so jetzt gehen wir ein bisschen ins tiefere so dollar jetzt zieht ihr jemand ja alle komplett mal das tauchzeug an so macht der lehrer mal bei dir die flasche auf so war dann muss man ran kommen hier das ist gut okay und jetzt genau und jetzt liest du mal das finde mit ab was auf dem wenn ihr mit der städte ist links vorne na jetzt ist er auf ja ähm ich muss die selber machen ok dann guck doch mal ähm alles zwischen 220 und 240 sonst müssen wir die flasche tauschen ja ich denke das ist schon richtig so ich schau mal schnell warte ich schau ja genau 230 mittendrin und dabei so dann nimmst du nochmal zwei drei atemzüge schauen wir wie es da atmen kannst äh was soll ich machen bitte nochmal zwei bis drei atemzüge ok ich hab nur die ganze zeit klappt also oder ja das klappt und die finimeternadel bleibt auch stehen also haben wir kein problem so wäre dann schaut nur die flasche fest sitzt ob der gurt hinten festgezogen ist ja doch doch ich muss das gar nicht erklären soll das können wir erklären als wiederholung das stimmt ja es ist alles soweit festgezogen das check jetzt sitzt wir kommen dann zum b für das blei das ist auch das ist drin das ist verzurrt das ist auch der klett ist fest da ist auch da da sollte nichts rausfallen wenn es mal kopfüber geht ja dann sicherheit hatten wir ja eigentlich auch gerade schon zum teil ja die ventile sind offen millimeter ist auch klar und der oktopus da kann man vielleicht noch mal prüfen ob der funktioniert endlich soll ich mal ja warte ja sieht auch gut aus ja und dann haben wir noch brauchen saubere luft ja das sieht alles gut aus jetzt als jetzt mit einem atemgerät du hast ja schon du atmest hast du das alles okay wie fühlst du dich dabei müde okay aber ja sehr müde gut aber ja sieht gut aus also ich habe jetzt nichts zu bemängeln oder muss sie das gleiche bei dir machen ja was ich einfach nur gucken ob ob ich meine jacket richtig angelegt habe ob ich das zu gezogen habe ja ja da alles festgezurrt ich brauche noch mal hilfe und was jetzt für blei gut ich gebe es zu ich bin wirklich heute so müde wie ich noch niemals in ganz losland das war ja kein problem und ich muss mich jetzt komplett an der wir halten und an ihn natürlich ja b für das blei und dann einfach nur gucken ob alles so das ist das passt dann musst du nur gucken ob jetzt dann kommt ja taucher brauchen sauber das ist für sicherheit also sind meine ventile offen habt ihr was zum essen darüber gesteckt danke wer sollte das bekommen du ok ja brauchst du ja noch was äh ne ich brauche nichts ok hast du schon gegessen ich hatte gerade noch gegessen ja ok super ja dann äh also also die ventile ja sind alle offen die anzeigen der der oktopus hat muss auch funktion haben ja ich gebe dir mal den rüber soll man zug nehmen soll der jetzt wirklich dran ziehen ja natürlich muss ja falls du unter wasser bist musst du ja vielleicht auch dran ziehen ja hoffen wir es mal nicht hoffentlich nicht ja ja ich glaube das ist richtig so hast du ja luft bekommen oder ich habe luft bekommen ja ok super ja und dann deine meine flasche kannst du ablesen wie viel der ab wie viel bar die anzeigt ähm das sieht schon richtig aus so ja hast du auch recht ja also äh fürs protokoll 235 ok jemals war das zwischen 220 und 240 genau hauptsache ist es dazwischen einige gehen sie dann auch funktionieren ja und äh ja und dann atemgerät mein atemgerät will ich nicht mal ja das ist alles gut dann normal die anzeige spinnen auch nicht rum also okay ist alles gut okay okay ja ja habe ich was vergessen nein ich glaube nicht dann macht man einmal schnell meine flasche auf warte und ja ja okay ist auf passt passt auch alles gut so wir machen folgendes was bist du ein rohr bist du ein rohr was bin ich nein sie ob ich ein rohr bin also ich hoffe sie lernen sie irgendwann nochmal kennen wenn ich nicht in dem Zustand bin ja ich habe aber auch gerade überlegt bist du ohr okay das könnte ich auch noch nicht ja das hat fünf meter das ist im prinzip auch unser safety stop was wir dann beim drücktauchen machen da bleiben wir dann beim safety stop 3 minuten auf 5 meter tiefe ok das ist einfach und sicherheit ähm und da machen wir jetzt unseren tracktap das heißt im prinzip da tauchen wir hin ganz bequem ganz gemütlich wenn dir irgendwas auffallen sollte wenn dir irgendwas unheimliches etc 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 melden ja ein megadolon ne irgendwann doch der wird irgendwann wiederkehren ich weiß es was sie vielleicht entdecken wir ja nessi hier äh die megadolon das wäre ja das wäre ein ding wow dann hätten wir jede menge wissenschaftler hier mhm ja wir würden anschließend wenn der jackdive verfolgreich ist würden wir zum flugzeugwrack tauchen was ja aber du bist guck vor sowas habe ich aber Angst dass wir mal da hängenbleiben da hängenbleiben da muss aber hängenbleiben ne ich weiß nicht da ist da alles rostig und hey lass dich einfach überraschen wir wollen ja nicht in wir wollen ja nicht in das Wrack reintauchen oh Gott sei Dank lass dich einfach überraschen okay jetzt gibt ihm ganz eine chance lass dich gehen und bewundert das ganze einfach mal ja ich ja du kannst auch meine hand nehmen wenn du willst wenn es dann sicherer ist und leerer sein auch dann hast du links und rechts jemanden der dich beschützt ja okay das ist eine Idee toll ach komm du ruhig vor und ich nehme sie an der Hand okay ja ja ich schaue zu was ihr da hinten macht ja ja na pff natürlich wenn wir da hinten tauchen zum flugzeugwrack da ist eine tragfläche gleich als erstes das ist unser treffpunkt ok also falls wir uns verlieren sollten wir machen aber so dort ist dein erster tauchgang ist tauchst du mir bitte nach ok ok und wäre natürlich auch ja ich bin ich bin hinter eri und pass auf genau das heißt wir machen da ganzen ganzen smoothen tauchgang ohne stress ohne alles und kommen wieder ganz froh vergnügt dann 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 ok mit einer erfahrung reicher so dann machen wir unser checktive wenn wir unten angekommen sind dann schaust du bei dir alles in Ordnung ist ich zeige dir das ok zeichen wenn bei dir alles in Ordnung ist bitte das ok zeichen zurück ok wenn wir dann wieder auftauchen das heißt ich sag dann was will ich jetzt ist genug unten getaucht wir tauchen wieder auf wir tauchen jetzt wieder zu unserem einstiegsort zurück also hierher mache ich auch den daumen nach oben dann will ich nicht von euch den daumen nach oben sehen sondern ok genau als bestätigung dass ihr es verstanden habt also wenn sie jetzt irgendwie das ok zeigen dann haben wir auch das ok ja und wenn der daumen nach oben kommt weil er dann auftauchen möchte sagen wir ok um ihn zu signalisieren wir haben ihn verstanden ok ok dann machen wir uns checktive ich wünsche dir viel spaß und dir auch ok danke ich freue mich schon die ganze zeit und dem dach eri genieß es es kriegen wir schon hin na komm mit hey los geht's so dann einmal abtauchen habt spaß oh nein 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Hey ho, stranger. Das war's für heute. 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 Ja, richtig. Das war's für heute. Sie traut sich nicht in die Sachen reinzutauchen. Das war's für heute. Das war's für heute. Was? Das war's für heute. 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 boy. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab ein Uha! Ich finde es cool, dass Aerie das aber so ausspielt, weil es halt nur ängstlich ist, dass sie nicht in diese dunklen Röhrchen oder so reintaucht. Oder in die Höhle oder so. Finde ich cool. Erstmal gewöhnen dran. Alles gut. Ich hoffe, dass es ihr gefallen hat. Erstmal gewöhnen. Erstmal gewöhnen. So lange so ein Korallengriff ist, würde es mir auch gefallen. Ich glaube, die Geschichte mit Haien, die aus dem Dunklen kommen, ich glaube, das ist ganz viel Film-Fantasy, Horror-Szene auf einmal so. Und dann 주세요. Und dann stattdessen. schau wie das glaube ich cool gut farbenfroh ist es natürlich nur wenn auch das licht noch durchkommen auch so langsam werde ich müde und es erwarten dass der schlimmer die spüle dann weist du spiel ist die wärme und dann hier und dann so dieses beruhigte hier so 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 bei den handzeichen hat die noch probleme weil ich habe das im ersten moment entschuldigung ich war so fasziniert da war so eine anemone die haut das was ich noch nie gesehen die wechseln so die farben ok cool entschuldigung mach nichts wir haben dich gesucht ja aber ich wusste euch dass ich euch hier finde alles gut und jetzt hier gefallen es war wieder so schön und so friedlich es war wirklich friedlich bestimmt hat es dir gefallen ja ich habe gerade gesagt nur mit den handzeichen hatte ich ein paar probleme und du wolltest nicht in diese dunklen orte reintauchen nein ich bin extra außen geblieben das habe ich das habe ich auch so verstanden und das ist auch ok ja du kennst mich ziemlich gut erst mal vertraut werden auch mit allem vielleicht vielleicht wagt man irgendwann mehr ja wie habe ich dich genannt ich habe was mit fisch moment jetzt weiß ich es auch ja genau der fisch im wasser die hat das gut gemacht oh ganz gut danke ja und weißt du was du hast richtig reagiert wenn du sagst ok ja eine wohne du traust dich nicht oder du traust es ihr nicht zu jetzt da in das ding rein zu schwimmen dann bleib draußen ganz einfach richtige entscheidung bevor du drinnen Panik bekommst und irgendwas anders passiert sag ich jetzt mal bleib draußen gute entscheidung gewesen ja also wenn ich jetzt wirklich da drin wäre und mein licht wird zum beispiel ausfallen dann dann ist ganz ganz schlimm wirklich ganz schlimm dann bin ich ja immer noch da und hoffe dass mein licht nicht ausfällt ja ja also ich habe immer noch einen ersatz dann oder eine taschenlampe noch dabei also von dem her ah gut ok ja das ist das wo ich glaube das ist das problem wenn man immer zu viel mit horrorfilm und so guckt man darf sich ja nicht man darf sich nie trennen aber ich sage das hat sie einwandfrei gemacht also ich bin stolz auf sie muss ich sagen das stimmt meine theorie das kriegt man irgendwann hin das ist ja kein problem ich fand das prima die hat sich unter wasser bewegt wie ein fisch ganz einfach und ich habe gemerkt die hat es Spaß gemacht es hat schon ich habe mir einfach vorgestellt wie ich richtig schöne ruhige musik dabei höre und dann schwimmt es sich automatisch viel besser ne 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 alles gut ich habe nur mal den das gerät mal aus dem mund rausgegeben ach so ok er gibt geräusche von sich das ist ja wahnsinn ne ja er müsste sie immer sehen wenn er sich hinsetzt oh ne will ich gar nicht wissen naja man braucht immer so ein bisschen um die richtige sitzposition zu finden so ist das nun mal ja fahr jetzt da nicht näher nach äh kein Problem aber wir können sich auch schon ein bisschen ausziehen die Flasche ablegen ok ich darf es nicht einpacken ja ne Beule ich bin alles noch warm genug ach so hepp ich finde besser als hepp ja dann gehen wir mal raus wuuu ok ich zieh die Schuhe mal äh da vorne aus ja wohl das heißt flossen ja die flossen ihr wisst aber was gemeint ist das ist die Hauptsache korrekt ja 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 ich fand das richtig cool aus den neuen anbinden ist auf jeden fall sehr sehr sinnvoll dunkel ja und deswegen habe ich extra gelb genommen weil die anderen sind ein bisschen zu dunkel weißt du wir haben ja eine bewandt ist die leuchte bänder das sage ich das nächste mal weil es gibt gewisse tiefen da verschwinden die farben oh gott das machen wir nächstes mal okay ich bin gespannt dann werde ich auf jeden fall ein bisschen wacher sein genau wir werden also jetzt komplett im ganzen wd wärme jetzt die gelben bänder tragen weil das ist für die tiefe die beste farbe okay dann gehen wir uns mal umziehen ihr zuerst ja okay bieb 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 das ist so wortlose kommunikationen so soll es sein unter wasser stille habe ich gerade ein weihnachtslied gesungen vielleicht ist ja einfach danach auch so einen weißen wertigen mann was nein so hat mir mal die ein oder anderen dinge wieder zurück und hier brauche ich dann noch einen ausweis und eine telefonnummer gell so ich hoffe ich habe jetzt alles alles da und das erleichter okay genau Ja, genau. Oh mein. Okay, für dich. Aber auch nur das Dunkel ist. Ja. Dankeschön. Ja. Was denn du hast du dabei gehabt? Das ist alles da drin. Ja, Wahnsinn. Moment, ich habe noch Klamotten da drin. Ich klemme aber schnell den Kopfhörter aus. Den habe ich schon unterm Arme geklemmt, keine Sorge. Auf den musst du aufpassen, ja? Ja. Ja, sehr sogar. Oh, ich glaube... Also es geht... Ari, kannst du mir was abnehmen? Ja, natürlich. Sonst geht das nicht so. Ja. Okay, danke. Perfekt, ich bin fertig, danke. So, dann brauche ich von ihr nochmal ganz schön ausweisen. Telefonnummer. Ja, einmal... Bitteschön. Okay, wieder zurück. Bitte. Mhm. So, Telefonnummer. Ja. Ist die, äh, 555, äh, 666. Ja. 996. Ich glaube, wir hatten doch schon mal das Vergnügen. Ich bin mir jetzt aber... Dann war das nicht diese Max-Sache. Ne. Aber was, äh... Weil du hast... Du hast nämlich als einzige so eine schöne Nummer gehabt. Oh, aber wo denn? Wann denn? Keinen klassen Schimmer. Keinen... Hast du bei irgendeiner Behörde mal gearbeitet? FD? Ja, das kann sein. Nein. Du warst aber nicht diejenige, die, wo die Blumen gebracht hat. Nee. Ja. Hm. Ich war mal diejenige, die in einem Auto ohnmächtig geworden ist und gegen eine Wand gefahren ist. Und, äh, da musste sehr viel FD anrücken, ja. Okay, das kann natürlich auch sein, dass ich da dabei war. Ja, das kann sein. Ist auch schon eine Weile her. Das kann doch auch möglich sein, ja. Definitiv. Na, super. Ist ja auch egal. Also von dem her, alles gut. Ja, ja. Wolltest du jetzt gleich den zweiten Termin ausmachen? Äh... Es wird momentan gerade ein bisschen schwierig, glaube ich. Ja, ich bin erstmal in der nächsten Woche bei meiner Freundin auf einer Yacht unterwegs. Ja. So, dann entweder du meldest dich oder der Lehrer meldet sich einen von beiden. Okay, ja, ich würde das wieder mit ihm zusammen machen dann. Hm? Wie hast du gesagt? Mit ihm, okay. Alles klar. Passt. Okay. Ja. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Es hat mir sehr gefallen. Also es war wirklich, also das mit dem Friedrich trifft es sehr gut. Und wenn man mal Streit hat und trotzdem was zusammen machen will, dann kann man einfach tauchen gehen. Man wirft sich keine Worte gegen den Kopf. Es ist fantastisch. Das ist... Ja. Das ist perfekt. Aber der andere will den einen umbringen. Von dem her... Ja, ein Messer hatte ich ja dann jetzt nicht bei, ne? Ja, doch. Das war da auch mit dran. Das war da auch mit dran. Das war da auch mit dran. Ja. Das war da auch mit dran. Ja, genau. Schnell rauf. Schnell. Und dann... Hilfe. Okay. Okay. Dann macht es gut. Habt noch einen schönen Abend. Schöne Nacht. Danke. Und ihr hört sich einfach. Das ist kein Problem. Okay. Und... Hey, Matteo, danke nochmal auch für deine Zeit. Ja. Das war... Ist ja auch nicht so selbstverständlich. Ja, danke. Spontan. Fürs Tauchen bin ich immer so abends. Oh, ja. Da ist los. Okay. Dann ziehe ich mich auch um. Okay. Kommst gut nach Hause. Ja, danke. Ebenfalls, ja. Tschüss. Auli. Machs gut, Matteo. Ciao, ciao. Na? Ich kann nicht glauben, was in den letzten paar Minuten passiert ist. Und ich wünschte, ich wäre nicht so müde gewesen. Oh. Na trotzdem, ich hoffe, dass ich nicht ganz Unrecht hatte. Und du vielleicht... Es hatte mir sehr geholfen, hier zu sein und das Tauchen. Was hast du also gemacht, während wir keinen Kontakt hatten? Ja. Das hat mir geholfen, besser nachzudenken. Mich selber zu reflektieren. Ja, und einfach mal die Schnauze zu halten. Ja. Komm, wir gehen heute zum Auto, Neri. Mhm. Du hast das toll gemacht. Neri, gib zu. Du hast mich nur mitgenommen, damit ich nicht meckern kann unter Wasser. Nein, ich wollte dir... Ich wollte dir das einfach mal zeigen. Ich habe das wirklich so als friedliche Entspannung gesehen. Und es ist einfach eine andere schöne Welt. Und ich habe gehofft, dass es dir auch gefällt. Neri? Hm? Ich bin gerade nicht betrunken. Okay, das ist gut zu wissen. Danke, Neri. Das war ein schöner Abend. Danke für dich. Es war auch ein schöner Abend gestern. Und ein schöner Tag. Okay. Ja. Soll ich dich nach Hause fahren? Ja. Okay. Nee, du wolltest doch noch was gucken. Ich, äh, was wollte ich denn gucken? Da, wegen, bei mir, hier wegen der Anlage, wenn auch mal die Schließanlage. Wieso, ja, mein Stammanzug, ja, das stimmt. Achso, den, na, äh, 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 ja, okay. Ja, das, äh, mhm, ja, also, also nur für den Fall der Fell, weißt du? Hm, mhm. Ähm. Also, weißt du, der Moment gerade war einfach so schön, okay? Ja. Und, äh, das, das heißt jetzt aber nichts, ja? Was meinst du? Es war... Weiß ich nicht, was meinst du? Es war schön. Und es ist schön. Und jetzt fahren wir mal und... Versuchen, ungeriegelte Dinge zu regeln. Oh Gott, äh, achso, ja, das meinst du, ja. Hä? Die ganzen Korallen, ein ganzes Flugzeug unter Wasser, hm? Ja. Das war, äh, ich hinterfrag gar nicht, warum das Flugzeug da war, weil da steckt bestimmt eine sehr tragische Geschichte dahinter. Vielleicht ist es auch einfach nur so eine Touristenattraktion, aber ja, kann sein. Ja, eine schöne Umweltverschmutzung. Ich weiß nämlich wirklich nicht, woher ich ihn kenne, ähm, ich hatte ihn oben über Wasser nochmal gefragt, weil Max hatte mit jemandem angebannen, mit dem Matteo hieß und er tatsächlich auch so aussah, er hatte auch so Falten oben auf der Stirn. Aber das war ja nicht, oder? Ja, weißt du, er meintest, dass er mit dieser Hannah kurz zusammen war. Ja. Ja, hab ich mir auch gedacht, hm, okay, aber dann hab ich mir später gedacht, okay, vielleicht ist er ja bi, ne, vielleicht passt es ja doch irgendwie, aber war er nicht. Ja, okay, ja, das hätte jetzt nicht auch nicht zu dem gepasst, was er mir so erzählt hat, weil, aber vor allem bin ich überrascht gewesen, äh, beim letzten Mal, als wir noch getaucht haben, da war ja, hat er noch erzählt, dass er immer noch nicht so ganz da über Hanako weg war und die Trennung war schon eine ganze Weile her, aber jetzt hat er scheinbar zwischenzeitlich jemanden kennengelernt, das war wohl, ja, hast du ja selber mitbekommen. Geht das so schnell in Los Santos? Äh, ich weiß nicht, ich meine, ich weiß auch nicht, wie lange die jetzt schon auseinander sind, das muss schon eine Weile her sein, aber ich glaube, er hat's, äh, er wollte sie lange, lange nicht aufgeben. Und jetzt hat er aufgegeben? Scheint so. Ja, gut, äh, sie ist mit einem anderen rumgelaufen und, äh, wollte schon wieder, ja, ich weiß nicht, naja, gut, okay, das weiß ich nicht, ob schon wieder eine Hochzeit anstand oder so. Ach, der Schreckling. Also nicht die Hochzeit. Es ist schlimm, wenn man noch an jemanden hängt. Ja. Der eine kauft sich einen bösen Baseballschläger und ein Motorrad und geht wieder in den Norden, die andere gibt 8.000 Dollar einfach nur für Kleidung aus. Aha, wow. 8.000. Mhm. Okay. Und weint und trinkt sehr viel Alkohol. Und raucht. Und raucht, ja. Raucht nicht gut. Hm. Hm. So hättest du früher tauchen gehen sollen. Wieso? Dann hätte man so diesen ganzen, naja, dann freut man sich. Ich finde, ich habe mich bisher die letzten Wochen immer darauf gefreut, auf diesen Termin. Weil ich ihn verabschalten konnte und an nichts anderes denken musste. Und wenn es nur für die kurze Zeit war. Aber es war schön. Währenddessen habe ich mir die Augen ausgereint. Ja, das habe ich manchmal auch. Hast du gar nicht. Glaubst du, ich würde es, naja, ich würde es nie zugeben, aber... Na, das tust du gar nicht. Ja. Du bist die Einzige, die mich auch noch von anderen Seiten kennt. Naja, so markiere ich ja immer den starken Anker. Manchmal besser und manchmal weniger gut, aber ich, naja, du kennst mich. Du kennst mich eigentlich. Du kennst mich? Ja. Besser als jeder andere hier. Jetzt musst du mich nur noch lernen zu verstehen. Hm. Ich denke, das hat jetzt noch einen kleinen Wachrüttler gegeben. Inwiefern? Ich müsste noch nach Hause, mein Schlafanzug... Ja. Also... Ach, du den holen, oder wie? Oh, ja, ich habe gerade auch... Ich bin gerade... Ich weiß nicht... Ach. Nein, ich bringe jetzt erst mal das... Also kannst du mich gleich nach Hause fahren, so ganz allgemein? Ich fahre dich gleich nach Hause, ja. Ach, verdammt. Hast du... Oh je. Ach, weißt du was? Hast du noch eine Hand frei? Ja. Für die Badehose? Oh Gott, ja. Und ach, weißt du was? Ich muss es doch so machen. Die Stiefel auch noch. Gehst du die Badehose noch hin? Ja. Achso, ich soll sie... Äh, ja, Entschuldigung. Oh. Ich bin immer noch so... Durch den Wind wegen der Korde einfach. Okay. Ich meine natürlich das Tauchen. Ah, schon klar. Ach, Mann, ich vermisse es ja schon. Ja? Ja, aber es war Hammer. Mama, es hat immer noch nicht auf. Vielleicht sollten wir einfach den Laden übernehmen und das Bahama Marmos aufsperren. Tja. Das hat dann einmal im Monat offen, Derry, wenn wir das übernehmen. Dann müssen wir noch welche einstellen. Wir schmeißen zusammen das Bahama Marmos. Das wäre doch... Drehen Werbevideos. Als würde sich einfach ein Kreis schließen, oder? Ja. So. Äh, ich kann hier, ähm... Hä? Ja. Ich kann nicht so zurück, äh... Also, weißt du? Hast du was gemacht jetzt? Nein. Bin ich noch hier eingetragen? Ich schau mal auf mein Handy. Warte mal. Ah, warte Sekunde. Ja, doch. Ähm. Ähm... Äh, Moment. So. So. Äh... Ach so, geht's jetzt besser? Ähm, warte. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Geh ich jetzt mal von aus. Ähm. Komisch, ja. Naja, gut. Ich hab mal aufgemacht. Vergiss nicht, wieder abzuschließen. Danke. Hast du dir eigentlich jemals angeschaut, was unter den zwei Winkelkatzen steht? Ja, und die meinst du hier? Ach, da runter? Ja. Also, du meinst so richtig? Ja, heb sie mal auf und schau sie dir mal an. Äh. Äh, jetzt... Ich will erst mal meine Klamotten aufreißen. Ich will erst mal meine Sachen nehmen, ja. Ich will erst mal meine Klamotten aufreißen. Warte. Alles auf. Ja? Ach so, ne. Ich überlege gerade nur was. Was denn? Also, ich... Ähm, hab heute in... Ich hab heute in meiner Wohnung gekocht. Und es gab, ähm... Es gab tatsächlich, ähm... Knoblauchfisch. Und leider hab ich den Fisch abgebrannt. Und deswegen stinkt einfach meine ganze Küche. Und es zieht bis ins Schlafzimmer rein. Ach du Scheiße. Das ist nicht gut. Nee, das ist gar nicht gut. Aber dann, dann, dann wäre das ja... Okay, dann hast du noch deine ganzen Klamotten. Das stinkt ja alles. Das färbt alles ab. Dann kannst du da ganz... Das solltest du... Das solltest du nicht rein. Ja, ich hab leider keine... Das ist auch nicht so blöd. Das ist eine offene Wohnküche. Ich hab halt nur kein Auto hier, weißt du? Oh je. Das ist sogar das Doofe auch. Naja gut, ich könnte dich fahren, das aber... Ich mein, ich... Das wäre verantwortungslos, dich zu so einem Gestank zu fahren. Oh je, was machen wir dann mal? Ja. Warte mal, ich glaube ich hab hier... Hey. Da ist sogar noch ein Lavendelstrauß. Meinst du, sowas hilft? Äh, ich hab auch einen Lavendelstrauß, lustigerweise hier. Oh. Okay, klar, wir können den mitnehmen und ich kann es einfach probieren, ne? Aber wenn's nicht klappt, sind die Klamotten auch versaut, oder? Tja, keine Ahnung. Ich wünsch dir irgendwie, ich hätte einen Schlafanzug jetzt hier. Oh, warte mal. Ach. Hey. Ja? Ist das ein... Entschuldigung, ist das ein... Äh, äh... Ist das ein Kleid? Das ist ein zweiteiliger Bademantel, ja? Ich wollte grad... Äh, ich dachte, es ist ein... Ist das so ein orientalischer Teppich untenrum? Also... Ich geb dir gleich mal einen orientalischen Teppich untenrum, Harry. Nein, damit meine ich, dass es so wertvoll aussieht. Ja, ich werde jetzt, äh, dieses Herz hier essen, dieses Lebkuchenherz. Bester Officer 1 der Welt. Das bin ich jetzt nämlich. Ich bin richtig gut. Nee, du bist doch Officer... Ach, Entschuldigung, ich hab's vergessen. Nein, danke schön. Mhm. Oh Mann, ich war schon... Also... Ich war schon eine nette Freundin, eigentlich. Ja, immer. Ja. Warum ist der Whisky im Schrank? Oh Larry, kaum bin ich nicht da. Warum steht denn hier... Warum schreien die drei Gläser Whisky im Schrank? Das stinkt ja auch. Nein, ich war... Ja, weil das ist ein richtig edler Whisky, der ist richtig schön... Der riecht richtig modrig wie in der Gruft und ich hab mir gedacht, das riecht immer... Ich wollte immer, wenn ich den Schrank aufmache, so... Ach, das ist so lecker. Du wusstest immer, dass du ein Vampir bist, Terry. Immer. Ähm. Ja. Ja. Ja? Jerry? Warte mal. Juri, was hast du mir da zugestellt? Warum kann ich die Schränke auf und zu machen? Warum kannst du was auf und zu machen? Ich kann die Schränke auf und zu machen. Okay. Hast du mir irgendwas? Ich muss gleich nochmal. Wir gucken gleich nochmal an der Schließanlage. Achso, ich dachte, das war extra gut. Ja, eigentlich habe ich da schon geguckt, aber das war vorhin. Ich schaue nochmal genau. Neri, also ich... Nein, guck, also... Also mach mich da komplett raus. Ja, will ich ja. Echt? Nichts. Aber Neri, du solltest mich wirklich da raus machen. Was, was? Oh. Ja, dann... Das kann ich morgen machen. Das ist so teuer, weißt du. Aber hattest du den Gedanken, denn mich da rein zu... Äh... Was hast du gerade da unten gemacht? Wo denn? An der Schlüsselanlage da unten? Eigentlich... Ähm... Ja, dein ist die Marker, der digital alles regeln kann. Was hast du gemacht? Na ja, eigentlich wollte ich nochmal den Rückgabeantrag stellen. Oh, okay. Oh, ich dachte schon. Naja, und... Irgendwie scheint es da das System ein bisschen zu spinnen. Keine Ahnung. Ich würde das gleich... Wir müssen es nochmal angucken gerade. Ja, aber ich habe keine Hose. Oh, warte mal. Scheiße, die sind männlich. Gibt es neutrale Hosen? Irgendwie. Habe ich neutrale Hose? Nee. Ach, verdammt. Hat eine andere Frau ihre Hose hier vergessen? Auf. Was? Warte. Dann machen wir es halt so. Äh, nee, ich dachte, ich hätte noch auch eine Hose, die dir passen könnte, aber... Aber von wem? Habe ich doch... Wie, von wem? Hä? Eine Hose von dir, meinst du? Ja, natürlich von mir. Aber die passen mir alle nicht. Ich habe eine Taille von 58. Na ja, den Weg zum Briefkasten oder nach draußen hätte ich schon überlebt, denke ich. In den Teppich nochmal. Ähm. So, Larry, jetzt denkt jeder, ich bin... Weiß ich nicht, äh, was. Was hast du denn da? Warte. Egal, ich habe mir was umgebunden. Oh, okay. Das ist ganz komisch, weißt du? Diese Knotentechnik? Diese Knotentechnik, ja. Ach so. Okay. Ja, dann lass uns doch mal... Komm, dann lass uns doch mal gucken. Wenn es okay ist. Ich habe dann ein richtig positives Gefühl, so ganz allgemein. Ich vertraue dir immer noch nicht, aber... Ein positiveres Gefühl als die letzten Tage. Okay. Bitte keinen Grund geben, es zu ändern. Larry, bitte keinen Grund geben, es zu ändern. Du sagst es. Bitte, Larry. Bitte. Aber darf ich mich korrigieren? Darf ich mich korrekt ausdrücken? Ja. Ich will da keinen Grund geben, es negativ zu ändern. Okay. Sonst wäre es ja scheiße. So stehen wir ja nur an einem Punkt. Und es wäre wieder hier. Hier ist es verflucht, hier, ne? Hier ist es verflucht, da muss man ausräuchern. Okay. So. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Da steht im Menü... Da haben wir die zwei Schlüsselthematik, aber eigentlich müsste ich da nichts groß machen. Da steht, ja, so, dann möchte ich nochmal eine Rückgabe. Also, so abnehmen. Aber ich konnte, ich war schon mal in der Wohnung und ich konnte keine... Diese Fehlermeldungen immer ganz komisch. Naja, gut, ich glaube. Hast du bei dir noch irgendwas rumliegen? Bei mir zu Hause? Hast du nochmal, hast du den Zweitschluss, hast du den mal, hast du den vielleicht mal du, hast du da noch einen machen lassen? Nein. Nee, aber ich... Hast du nichts, ja, okay. Ich verstehe halt nicht. Naja, ob du nochmal einen in einem Schlüsselbund, ich weiß nicht, vielleicht hast du alle Schlüssel abgegeben, ja? Oder hast du mir gegeben? Ja, ich habe... Oh Gott, das war ein schlimmer Tag. Ich habe nur den Schlüssel zum Cherry noch. Ja, okay. Ja, dann, ich weiß auch nicht, was das spinnt. Muss ich wohl wirklich nochmal an deiner Stil nochmal schreiben. Name von... So. So mal noch. Okay. Aber ich, ich habe wirklich... Ich konnte letztens die Schränke bei dir nicht aufmachen. Warum kann ich die aufmachen? Ich weiß es nicht. Das ist jetzt gerade das... Letztes Mal konntest du es nicht mehr, richtig? Genau, konnte ich nicht mehr. Okay. Ja, das Problem ist in dem Menü. Jetzt bin ich wieder bei dieser Zweinschlüssel-Sache. Da können wir wegen Anträgen und so, na? Da steht dann, äh, war ein Schlüssel abnehmen. Weißt du was? Okay, jetzt habe ich mal... Weißt du was? Ähm, jetzt... Jetzt können wir mal. Jetzt, jetzt könnte es möglicherweise... Ah, jetzt soll es gehen. Jetzt passt es. Ich glaube, ich musste da so diesen, diesen Austausch-Service beantragen. Oh, okay, okay. Das ist ja beknackt. Da kommt mal einer drauf. Okay. Ähm, ja. Dann, äh, mache ich mal auf. So. Oh. Ich dachte gerade wirklich, du hättest mir vielleicht wieder Zugang verschaffen, weil du dir so sicher bist. Aber gleichzeitig habe ich gedacht, nee, das wäre ja voll dumm. Wir sind ja beide nächste Woche überhaupt gar nicht da. Und, äh, das wäre viel zu viel Geld. Und ich zahle ja auch noch meine Wohnung. Ja. Und dann hätte ich nämlich gesagt, Larry, das ist nicht gut, mach das wieder weg. Da habe ich jetzt auch... Aber jetzt bin ich traurig, dass du es doch nicht versucht hast. Naja, da habe ich jetzt aber, äh, da habe ich jetzt einfach einen Realisten mit mir, äh, gewinnen lassen. Ich habe schon mit dem Gedanken gespielt und hätte es gern so gelassen. Ich, es wäre auch cool, wenn ich einfach mit, äh, indem ich dir einfach den, äh, den Antrag vom Zweifel nochmal stelle, äh, einfach, äh, sagen können, hey, da wird automatisch deine Wohnung gekündigt. Das wäre auch cool gewesen. Oder ich gehe einfach ins System und trage einfach eine Kündigung ein, das könnte ich auch machen. Nein, nein, oh, Larry, das machen wir nicht. Du willst sie gar nicht mehr, oder? Nein, doch, doch, das ist meine Wohnung. Okay. Ich habe so viele Schränke, die sind alle nur für mich, Larry, alle nur für mich. Ja, okay, du kannst es ja als Lager nutzen. Wir haben ein bisschen zu teures Lager. Naja, unser eigentliches Lager kostet 1500 im Monat. Eigentlich ist es echt? Das ist günstiger. Ja, vermieten Lagercontainer. Die kosten am Anfang eine Kaution von 1500 und dann pro Woche, nee, pro Monat 1500. Und wie viel ist das pro Tag? Ich bin müde. Warte mal. War das jetzt ohne Proben? Aber ich bin selber ganz verwirrt. Warte kurz. Es ist egal, du musst jetzt auch nicht arbeiten. Warte, 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 warte. Jetzt gucke ich nach. Wo haben wir das? Storage. Ja, genau. 1500 Kautionen und 1500 pro Monat. Guck mal, wie viel das ist. Hier haben wir in Del Piero, in Downtown, Palito Bay, Sandy Shores, Vinewood. Da haben wir die überall rumstehenden Container. Und wie sicher sind die? Ja, sehr sicher. Soweit ich weiß. Ich kann ja mal nachfragen. 48 Dollar pro Tag. Woher weißt du das? Ich habe hier gerade einen Taschenrechner aufgemacht. Ah, okay. Ja gut, es wird monatlich abgebucht dann, ja. Was hast du denn so im Kühlschrank, so als Junggeselle? Warte, lass mich erst mal gucken. Oh Gott, sind da schimmelige Sachen drin, Larry? Ich hoffe... Ich hoffe nicht. Ich fühle mich so hässlich. Ich gucke jetzt auch rein. Ja, okay. Manche Dinge wollte ich nicht wegmachen. Was zum Beispiel? Was meinst du? Naja, die Pralinen da unten. In der Mitte. Oh. Oh mein Gott, da war ja was. Dann ist nochmal eine Pralinen-Schachtel ganz unten, die... Naja, das ist eigentlich nicht meine, aber... Oh, die ist von mir. Aber, naja. Ach Larry, ich finde es schon wieder mit dem Brot. Hast du auch Bier wieder hier? Ist das wieder diese Bier-Toast-Sache? Hey, das ist nur so typisch... Weißt du, typisch Home-League. Ja. Aber ich habe hier hin und wieder mal eine Sprung rumstehen. Kannst du die rückbedienen dann, ja? Mit nichts anderem hätte ich gerechnet. Ja. Naja, auf jeden Fall... Ja, hier. Kannst du auch gucken. Kannst du nochmal mit nach unten? Wieso nach unten? Achso, ich sag dir einfach auf dem Winkelkatzen... Du hast es nie bemerkt, glaube ich. Okay. Soll ich dir sagen, oder willst du gucken? Na, dann gucke ich doch mal. Hast du die nie hochgehoben, oder? Das waren deine Winkelkatzen, die wollte ich nicht anfassen. Nein, das waren unsere Winkelkatzen. Oh. Irgendwie habe ich Winkelkatzen immer mit Eddie in Verbindung gebracht. Sorry. Nein, es gab hier... Ich habe die alle nicht angefasst. Zu der Zeit gab es kein Du, ich. Da gab es nur ein Uns. Oh. Oh. Ja, das stimmt. Wir sollten... Das sind so Winkelkatzen, ist doch immer ein Omen, oder? Was stand da jetzt bei der drauf? Aris Seite. Dann kannst du dir denken, was auf der anderen Seite steht. Ja. Ja. Auch Aris Seite. Nein, Aris Seite. Ja, das kann ich mir denken. Ist das jetzt Schicksal, ja? Was meinst du? Ey. Wenn du hier schlafen möchtest, dann kannst du hier schlafen. Und eben, dann... Dann mache ich... Dann kümmere ich mich morgen ums Frühstück, okay? Okay, aber kannst du mir... Ist das Bild bezogen worden irgendwann mal frisch? Natürlich. Gott sei Dank, okay. Das letzte Mal bezogen... Oh, warte mal. Ich glaube, es war... Oh Gott. Es war, ich glaube, letzte Woche Sonntag. Oder Donnerstag. Ich meine, ich war nicht zu Hause. Ich habe hier gar nicht geschlafen. Es war einfach frisch bezogen. Hä? Na, ich war bei dir. Und dann waren wir in der Bayview in der Lodge. Ja. Ja, okay. Aber es sieht doch frisch bezogen aus, ja. Na, dann ist ja gut. Äh, brauchst du noch was? Soll ich dir was zum Trinken holen? Ich hole mir noch was. Willst du auch was? Äh, ja. Mhm. Äh, ich gehe was. Okay. Okay. Bis zum nächsten Mal. Äh. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Hey, gar nichts hast du gesehen. Oh, wie lange stehst du schon da? Naja, bist du mit dem Mittelfinger fast in die Nase gesteckt hast. Nein, 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 nein. Ich wollte mich nur hinsetzen. Ach so, okay. Haben nur die Geräusche gefehlt. Ich hab den mal. Den magst du doch. Oh ja, das stimmt. Dankeschön. Mhm. Und ich hab keinen Energy oder Kaffee mehr. Ich mein, ich hätt noch einen da, aber den wollte ich dir nicht mitbringen, sonst guckst du hier noch Löcher in die Decke. Aber das ist doch jetzt ein Energy Drink. Ist das nicht ein bisschen Sekt und so? Nein, das ist ein purer Energy Drink. Ach, egal, Larry. Ich kann trotzdem schlafen, weißt du? Oh, Gott sei Dank. Ja, dann nimm. Oh. Ähm. Gute Nacht, Harry. Und danke nochmal. Wir haben in der Bellevue Lodge nebeneinander geschlafen. Ja, haben wir. Trotzdem, danke nochmal. Ja, äh, ich danke dir für heute. Gerne. Ich find's toll, dass du mitgemacht hast. Auch wenn du, ähm, Angst am Anfang hattest davor und, ähm, ich hoffe, dass du nicht mehr so viel Angst davor hast. Doch, doch. Wahrscheinlich werde ich das noch haben. Du musst auf jeden Fall bei den Stunden mit dabei sein. Aber ich lasse mir damit Zeit. Ach, ich denke, das, ähm, das wird schon besser werden, denke ich. Ja, äh, das glaube ich auch. Ach, so. Ähm. Ja. Machst du mich wem? So wie du meinst. Aha. Ja, dann, äh, gute Nacht, Harry. Du hast gut getaucht. Hm. Gute Nacht, Harry. Danke nochmal. Du hast gut auf mich aufgepasst. Du hast gut mitgemacht. Der Tauner war gut, aber ich, ähm, habe zugehört und, und, aber tatsächlich nicht zugehört. Das macht er müde. Ich weiß, was du meinst, ja. Aber die machen das gut. Ich war aber selbst überrascht. Hat, äh, Hannah Co. dich auch an die Hand genommen? Hm, nein, sie hat mich nicht an die Hand genommen. Aber sie hat mir auch alles erzählt, was ich müssen muss. Und im Notfall greift sie natürlich ein, dass ich nicht absaufe. Dann wird sie wohl meine Hand nehmen. Und dann ist es okay, glaube ich. Natürlich, aber, ähm, alleine zu zweit ihrem Wannmal kann man nicht tauchen gehen? Doch, das können wir dann. Sobald du den Ovid hast, dann können wir uns das... Also nur die vier Stunden? Ja, also die sind noch drei Stunden. Äh, noch drei Stunden, ja, okay. Sobald du den hast, können wir tauchen gehen zusammen. Und dann können wir uns die Dinger ausleihen, das ist die Aussaussung, und dann können wir tauchen gehen. Okay. Also, mit meiner Deep Special Diver License ist das dann kein Problem. Entschuldigung, ich muss diesen Namen nochmal aussprechen, die freut mich so. Ich freu mich, dass du daran so viel Spaß hast. Ich kann es jetzt besser nachvollziehen. Guck mal, du kriegst den. Hm? Ähm, warte. Oh, wow. Und... 26.07. Und dann habe ich den und den auch gemacht. Und das sieht so cool aus. Oh mein Gott, du Angeber. Weißt du, was ich habe? So, hier, bitteschön. Ja, okay. Ähm, guck mal, ich habe so. Weißt du, was ich noch habe? Ähm... Ja? Ich habe noch... Was hast du denn noch? Oh, jetzt hat es echt gar nicht. Ich muss mal ganz kurz gucken. Was ist das denn hier? Oh. Oh. Ich habe noch... Was zur Hölle? Ja, an meinem Auto liegen jetzt immer Zettel mit Bedrohungen, äh, bei meinem Parkplatz, beim PD. Äh, okay. Ja, egal. Mhm. Das macht mich jetzt ein bisschen, ähm, äh, äh, besorgt. Ähm, ich bin da ein bisschen besorgt drüber. Weil wir keine Geheimnisse voreinander hatten, haben. So war es auch? Warte, das war es nicht. Ah, das war es auch. Okay. Warte. Harry, das habe ich natürlich auch, aber... Hier. Oh, je. Ja, aber dass wir keine Sorgen machen, brauchst du? Da müssen wir noch früh hoffentlich nicht reden. Was da? Es ist schon lange her, doch die Gefühle werden mehr Tag für Tag verbleiben. Der Monkey in seinem Tal. Ja, aber ich glaube, Eddie ist gerade verliebt, also an ist es hier nicht. Also nicht in mich. Oh. Augenbar, oder wie? Nein. Das wäre witzig. In eine Dame, wo ich mir fast sicher war, dass du, wenn du sie irgendwann triffst, dich in sie verliebst. Was? Sie ist genau wie ich, als wir uns kennengelernt haben. Äh, ich denke, äh, keine ist so wie du. Oh, doch, erinnert mich ziemlich an mich. Naja. Hey, es gibt nur ein Original. Ach, ich pflanze mich jetzt hin. Ja. Gute Idee. Gute Nacht, Ari, und, ähm, ums Frühstück kümmere ich mich dann morgen, ja? Okay, ich freue mich drauf. Aber du hast nichts hier, aber okay, ja? Äh, na doch. Toast habe ich hier, Brot habe ich hier. Irgendwas zum draufschmeißen finden wir auch noch. Okay. Übrigens mag ich deine Fingernägel. Oh, und Dankeschön. Behalt diesen French-Style. Es ist nicht ganz French, aber, äh, ich bin, es wundert mich, dass du es tatsächlich kennst. Ich hab das gewentiert. Oh mein Gott. Oh, ja. Es sind Acrylnägel. Harry, Acryl. Was ist das denn? Weiße Acrylnägel. Das ist das, womit man auch, äh... Weißt du, das ist Acryl und der, der Nagellack, das ist Shellac. Das ist, was auf die Schallplatten kommt. Ah. Mhm. Mhm. Okay. Na gut. Okay. Gute Nacht. Gute Nacht, Harry. Schlaf. Juhu. Juhu.